Boah Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Brawl Stars. 50.000 Trophäen ist das Ziel. Und auch wieder im Rank, Master zu kommen. Ich hab diese Megaschwein-Herausforderung gemacht. Deswegen krieg ich jetzt, glaube ich, ganz viele Starjobs. 20 Stück, oder? Epic. Nehmen wir mit. Verdoppler, die brauch ich. Ich konnte einfach nicht spielen, off-stream. Weil ich die dann selber aufgemacht hätte. Jetzt will ich aber auch eine geile... Jetzt will ich aber auch eine geile Belohnung bekommen. Die Belohnungen vom Megaschwein sind heram. Naja. 100 Gold nur? Wie schlecht. Wie viel hab ich noch? Mythic. Legendary! Komm, was geil ist. Yo! What? Das ist das Beste, was man ziehen kann. Das kostet 5000 Coins. Hyperladung für Crow. Ohohohoho. Das ist unfassbar krass. Was ist denn... Das ist wirklich das Allerbeste, was man bekommen kann, oder nicht? Was ist denn besser? Gibt's nichts. Das war mein bester Storejob aller Zeiten. Epic. Super rare. Mythic. 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 Gönn, was geiles. 500 Gold ist geil. Super rare. Das war's. Das waren schon 20. Was ist das? Was ist jetzt? Habe ich Punkte verloren? Dafür kriege ich jetzt Bling. Season Ende. Hey, RBVB. Hey, RBVB. Hey, was geht? Bist du Dortmund-Fan? Nein, 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 nein. Ich bin Fan von gutem Fußball. So, das war guter Fußball. Das war geistig guter Fußball. Stimmt, geiler Call. Ich habe es auch gesehen, war geil. War richtig geil, mit allen Hündotiefen. Super, super. Was spielen wir heute? Äh, Broters. Ja, das ist ja klar. Ja, gucken wir mal, was zocken wir da. Was ist denn so da? Ich schaue gerade mal, Sekunde. So, zack, zack, zack. Verbinden das Ganze mal. Erstmal schön 3 gegen 3 machen. Können wir noch einen dritten? Ähm, sicherlich. Irgendwann werden wir bekommen. Ich kann Sumantex schreiben. Dritter und dann schüttel Eliminierung oder Gem Grab oder irgendwas. Ja, mit Daumen nach oben, von der her. Danke nochmal. So, Sumantex. Bleiben ihm. Du schreibst mir einfach um 3 zu viel, das wird um 3 zu viel zocken. Ich selber doch bei dir. Scheiße, tschuldigt mich jetzt. Dinger, da kommt ein Bass mit 1000 Dingern zu mir. Was für eine Scheiße. Ich habe gerade, ähm, aus dem Stardrop Hypercharged Crow bekommen. Okay. Ja, ist okay. Ist für das teuerste, den ich mir eh kaufen müsste. Ja, ist gut für Tresor, genau. Aber was war eigentlich gestern los? Was war gestern los? Was war gestern los? Im Turnier. Gar nichts, Dinger. Völlig total vorbei. Wir sind mit einem Punkt am Preisgeld vorbei. Wir wurden Platz 31 oder so eine Scheiße von 40. Ich bin mit einem Punkt am Preisgeld vorbei, schade. Kommt die Mantek safe, hast du ihn erreicht? Sonst treiben die Leute Musa, wer dabei. Ich schreib ihn gerade. Ich gucke ihn an. Scheiße, wir sind einfach krank noch. Scheiße. Wer wird eh nicht rangehen? Wer geht nicht ran? Moment, der geht nicht ran. Doch, hey, hi, was geht? Hast du gerade Zeit? Für? Für Max und mich? Was hast du dir genau? Das klingt schon sehr skeptisch. Was machen wir genau, Max? Ähm, Juwelenjagd, Eliminierung, Knockout, Tresorhackung. Alles, was Trophäen bringt. Alles, was Trophäen bringt, war er, wie gesagt, er. Okay, ich komme. Okay, du kommst, perfekt. Sauber. Bis gleich. Macho, 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 macho. Sauber. Aber was wollen wir spielen? Okay, ich komme. Ha, 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 ha. Ähm. Im 3 gegen 3 Eliminierung ist doch gut, oder? Ich finde Eliminierung gut, aber Eliminierung ist schwer, ne, da Punkte zu machen. Ja, Eliminierung auf der Map, boah, ich weiß nicht. Knockout ist immer geil eigentlich. Knockout auf der Map könnte man Werfer spielen, theoretisch. Tresorhackung ist halt Sniper ganz gut, da kannst du Sniper spielen. Juwelenjagd, glaube ich, gibt viele Möglichkeiten auf Juwelenjagd, I guess. Knockout ist halt... Knockout hätte ich Bock mit Tick. Könnte man vielleicht sogar spielen, da müssten Symantec und ich irgendwas rollig. Aber wie viele Trophäen hast du auf Tick? 240. Oh nein! Stopp! Wenn Symantec da ist, dann spielen wir kein 240er. Ach so, meinst du das? Scheiße. Also das, das kann ich nicht, das kannst du auch selber machen. Oder mit mir. Okay, okay, wen dann, wen dann? Was hast du denn immer angemeldet? Ich gucke mal gerade bei dir, okay, warte. Wie viel brauchen wir denn mindestens? 400? Boah, ich wollte... Wir könnten deine... Warte mal. Oder lass Crow machen, weil ich hab grad die Hyperladung gezogen. Crow mit Hypercharge wäre nicht mal ein Tresorhack gut, weil in Tresorhack hast du lange Lanes und da wird Crow einfach outranged. Also ansonsten ist die Hypercharge nicht so krass, der ist nur in Tresorhack gut. Wir könnten wen auch... Was ist denn mit Nani auf 8.49? Hey! Nein, nein, Nani machen wir nicht. Warum nicht? Warum machen wir Nani nicht? Die Maps sind nicht gut für Nani. Halt deinen Baul! Guck doch, guck doch! Hallo! Hey, was geht's? Hallo, hallo, wie geht's, wie geht's? Was geht, Großer? Die Maps sind nicht in Ordnung für Nani. Sag mal, was sagst du dazu, dass die Maps scheiße für Nani sind? Okay, Tresorhack ist für Nani gut. Weil... Was? Zwei, drei... Zwei Maps davon sind eine der krassesten Nani-Maps, die es gibt. Welche? Heißt Tresorhack und Knockout. Tresorhack, ja. Knockout ist Arsch für Nani. Nein, schweiß, du bekommst das alles Hyper. Mit deinem Gäppchen. Okay, ihr sagt die Calls. Das sagt Nani-Hooping, oder? Wollen wir meine Nani jetzt echt so... Wollen wir so tryharden und meine Nani auf tausend Trophäen bringen? Du wirst dich halt nie wieder anfassen können, ne? Ja, ja. Ja, machen wir, oder? Die spielen... Nani auf tausend... Wollen wir uns das antun? Wir können auch entspannt Crow auf 500. Oder Bea, ganz locker. Ganz locker und cool. Also, Nani, dein Favorite Brawler, da wirst du auch besser spielen, halt. Ja, stimmt. Du kannst besser carryen, easy Runden, wird wahrscheinlich auch schneller gehen, weil du einen Brawler halt kannst. Dann lassen wir es probieren. Also, ich schätze mal so eine Stunde für 1K maximal. Wenn wir nur gewinnen... In einer Stunde sind wir bei tausend, okay. Ja, wenn wir nur gewinnen. Nur gewinnen. Das tun wir nicht. Da kommt drauf an, du hast Nani. Du hast einen Brawler, mit dem du gut bist jetzt. Ja, das ist... Ich bin ganz gut mit Nani. Aber ich weiß nicht, ob ich die Gruppe gegen Leute, die tausend sind. Tausend bist du Masters, würde ich sagen. Und Masters hast du auch mit Nani gut gespielt. Aber tausend kriegen die auch so oder so. Ich weiß nicht, in einer Stunde, vielleicht ein Zwei. Aber tausend kriegen die noch bezahlen. Denke ich auch. Okay. Dann lass es uns probieren. Okay. Was soll das Spiel groß haben? Willst du eine Mitte nehmen oder willst du nur weitere Lanes sein? Eigentlich wäre besser, wenn du die Mitte bist. Mitte wäre dann Thrower. Also Tick, Larry, Sprout. Es gibt auch einen Gray. Auch einen Rikos ist ganz gut hier. Tick, Larry, Sprout. Eliminierung oder Knockout? Das spielen wir. Knockout, Knockouts. Sprout würde mir liegen. Okay. Und dann spiele ich einfach einen Adress-Sniper. Oh mein Gott, Big Swin. Ich muss kurz mal Main-Onern kommen. Ich muss dir was zeigen. Oh, du bist auf tausend mit... Ja, ich weiß, ich wechsle. Wurde sie gerade Pearl nennen. Wow. Warte, 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 warte. Warte kurz. Den hier machen. Den Creator-Flex oder was? Ja, den Creator-Flex. Guck mal, wir haben einen Bug gehabt. Warte. So, guck mal, klick mal auf mein Papier, Big Swin. Klick mal auf das Creator-Icon. Obwohl ich nicht mal T3 bin. Und kein Koffer habe. Wollte ich gerade sagen. Dürfen wir uns eigentlich nur T3. Die hatten einen Bug gemacht. Die haben so eine Announcement gehabt, dass du das kaufen kannst. Und das war anscheinend nur für Super-Creator da. Aber normale Leute konnten das auch kaufen. Normale Leute? Ich bin T1, Big Swin. Ich bin T1. Ich habe nicht mal Zuschauer zum Brawl Talk, sonst was. Ich habe nichts. Ja, okay, okay, okay. Habe ich das auch? Solltest du haben. Aber ein Angebot im Shop, ich habe keins. Nicht im Shop, im Superstar-Shop. Achso, okay. Auf der Website. Das hole ich mir nochmal, oder? Ich habe das nicht. Oh, du hast es nicht. Nein, Max, du musst nicht auf den Superstar-Store gehen. Du musst auf die Creators.Superstar gehen. Okay, das mache ich dann eines Tages. Ja, ich auch. Eines Tages, du musst es so safe nie machen. Okay, meine Pipe auf dem Manit ist auf 920. Ich glaube, ich spiele erstmal ein bisschen Mandy. Mandy und Big Spin ist Sprout, oder was? Ja. Was hast du eigentlich für so einen Voice-Creator? Ich bin heißer, komplett. Ich bin so heißer. Ich bin seit acht Tagen krank, fieber. Heute ist der erste Tag, wo ich... Wo es okay ist. Ich bin jetzt normal krank. Jetzt ist es ohne die ganze Scheiße. Ich bin krank und habe Energie, sagen wir es mal so. Wie geil, denn ich bin wirklich, ich liebe es. Das ist so schrecklich. Und gestern wurde es schlimmer, weil ich mit Chef Strubel im Cup gespielt habe. Hanky ist ein Macher, wer den Preis getrunken soll. Ihr habt für einen Punkt oder so nichts bekommen, ne? Ja, ja, einen Punkt. Weil ich Hanky einmal getötet habe, geisteskrank heftig, ne? Ja, wirklich. Du hast ihn gelöscht, du Arsch. Ich habe ihn wirklich gelöscht. Ich habe alles getroffen in der Luft. Ich habe ihn verpackst gelöscht. Wirklich gelöscht, gelöscht. Er flog da so schnell von links nach rechts in Erbändigung. Ich war halt rauf wie Aimbot. Blixman, kannst du noch dein Gadget wechseln, wenn du kannst? Oh mein Gott, ich habe einen Screenshot. Ach, Digga. Ja, ich kaufe es mir extra. Leute, ich habe heute einen TikTok gesehen. Ganz wichtig sogar. Wo es hieß, Trimax benutzt Aimbot mit Beweis. Also ein Reel, so ein, ne? Ich habe einen Trimax benutzt Aimbot mit Beweis. Und dann so ein Video mit Slow-Mo, wie ich im Cup Kuba und Dings töte. Bei den letzten Schuss sieht man, dass er nachzieht. Und er zielt auf den anderen und trifft gleichzeitig wieder den anderen. Gleich bannen solche Loser, die Aimbot benutzen. Und dann Leute darüber kommentieren, wo es Beweise gibt, dass ich Aimbot nutze. So geil, Digga. Ja, nichts benutzt. Aimbot ist wirklich die größte Psychose, die ich heute gehört habe. Krass, oder? Also wirklich, das ist... Vor allem nur Lost Legends Cup. Ist das krass. Den fucking Lost Legends Cup Aimbot benutzen. Die sind sich 100% sicher, dass die mich entlarvt haben. Wirklich, das ist voll... Ganz gut. Auch mal das... Der Epic Gear. Das ist ein Kompliment. Statt das Damage Gear. Max, für dich auch das Shield Gear statt das Damage Gear. Ne, das Shield Gear hasse ich. Ich soll nochmal einkaufen? Du musst... Bei Sproul ist es unnormal wichtig. Wenn du jetzt Sport durchziehen willst. Du kriegst dein Ulki statt 5 Schüsse in 4 Schüsse. Digga, ja. Ey, Max, ich habe schon wieder für dich... Ich habe nur für dich jetzt schon wieder 2500 Gold ausgeben, Max. Du hast 140.000 Gold Spicks. Ja, ich will irgendwann ein Video machen, wo ich... Ja, Schnauze halten jetzt. Die kann man nicht hören. Aufgrund deiner Stimme. Bei mir kommt da nichts raus. Egal. Kurz... Ich habe... Ich will ein Video machen, wo ich alle Brawler auf Max bringe. Oh, nice. Du hast Spaß dabei, wenn du mit Max talkst, ne? Äh, Max, die Damage davor wäre besser. Kannst du dann wirklich am Anfang der Runde... Wenn die kein Schildgier haben, haben die Leute einfach besiegen damit. Habe ich es jetzt richtig? Ne, andere ist davor. Hä? Und das Schildgier, Ausrüstung. Oh, warte mal. Der größte Dortmund-Fan Deutschlands ruft an. Wer? Hallo? Mein Lieber, wie geht es zu stets? Wie geht es, Alter? Da warst du im Stadion. Ja, und das hat... Digga, das muss ja geisteskrank gewesen sein. Es war so geisteskrank. Wie hast du dich beim 2-2 gefühlt? Ähm, völlig zerstört. Jeder Licht kommt mit am Ende. Also, ich habe einen Vlog aufgenommen und ich glaube, die Emotionen sind mir wirklich... Du hast einen Stadion-Vlog von dem 4-2 gemacht. Okay, das ist geil, Skalk. Das ist geil, Digga. Den da reakte ich gefühlt sogar im Stream drauf. Ja, same. Komm mal im 14. Online. Das merke ich mir schön. Geil. Sehr geil. Ey, Glückwunsch, ne? Du wirst dich so freuen. Ja, gegen PSG ist Shreed. Ihr habt ja schon in der Gruppenphase gefickt. Oh, ich habe es auch mit Klopfen und dann geht es ins Finale. Ist das geil, Alter. Ja, ey, Noah. Feier doch schön den Tag. Hast du dir verdient. Ich wünsche was. Wir sehen uns dann auf Male, mein Bester. Ja, aber stimmt. Da können wir auf Male noch weiterfeiern. Ja, genau. Jo, tschüss. Krass. Wieso kann ich meine Superaufladung nicht mitnehmen? Ich will Superaufladung und Damage mitnehmen. Superaufladung ist nicht gut. Am besten wäre Plus Eins und Schild für die Ausrüstung. Superaufladung und Schild. Damage. Damage und Schild. Plus Eins ist ja schon geil, aber wenn wir gegen so eine Mandy... Okay, Damage und Plus... Wie es vorher war. Ich habe einfach zwei Dinger gekauft, die ich nicht nutze. Warum hast du denn auch... Warum hast du das Eiche überhaupt gekauft? Du hast doch schon ein Plus Eins. Ja, Plus Eins hat er ja schon. Er hat aber dieses Bonus-Ausrüstung, das Epic gekauft, warum auch immer. Das Epic klingt immer besser. Okay. Und die andere Starboard. Ist aber geiler, finde ich. Es klingt einfach immer besser. Ist das krass. Autofokus, mehr Damage. Genau, mehr Damage. Weil du teilweise Leute nach Mord shoppen kannst. Und ihr versprecht mir, dass auch wenn ich heute ein bisschen merkwürdig spiele, dass wir 1000 Propheten schaffen. Macht es jedes Mal. Ja. Wenn es kritisch wird, dann hole ich den Angel raus. Okay. Ich bin bereit. Du bist halt immer mehr. Bis auf 970. Sagen wir jedes Mal. In einer Stunde sind wir bei 1000. Da sind wir so drei Stunden bei 910 und brechen ab. Ganz enttäuscht. Ich habe, glaube ich, nur einen Broder nicht geschafft, auf 1-Case zu bekommen. Das war Larry. Okay, okay. Das wird Larry nicht geschafft haben, auf 1-Case zu verbrechen, übrigens. Ja, das lag an einem bestimmten Larry. Aber Nani ist doch scheiße auf der Man. Ich treffe ja nichts. Max, du musst auf die Lane. Links meine Lane. Genau. Was du halt machst, ist, teilweise mit Nani, du musst nur mit zwei. Der Gertler zieht dich gleich, pass auf. Du musst nur mit zwei deiner Schüsse zielen. Und das reicht komplett als Schaden. Und sobald wir Kontrolle haben, kannst du mit drei deiner Schüsse zielen. Und dein Gadget komplett alles Snipe auf dem. Komplett. Also es ist eigentlich schon, wie wir die einpushen, schon komplett free hier. Starke Shots. Oh mein Gott. Du hast den Gadget? Nein. Ich habe von rechts kassiert. Ihr habt mich angegriffen, quasi. Wer spielt Mitte? Die Mandy hat mich von rechts getötet. Junge, ich kann ja auch keine... Na, Digga. Ich habe keine Spiele, ich komm. Du musst sagen, wenn jemand misset auf deiner Lane. Das reicht dein Maul, bitte, okay. No SS. Der Maul. SS, Digga. Oh, hab ich. Nein, ist das los. Ja, später halt jetzt. Pass auf. Ja, halt dein Maul. Oh, du hast halt schon. Max. Ja, Big Spin. Nicht einfach so ein Max am Anfang sagen. Ja, ich liebe es. Oh, oh. Oh, jetzt ist hier ein neuer. Seitenwechsel, Seitenwechsel, oder? Ah. Nein, nein, nein. Weiter, bitte. Das ist Grom. Den check ich nicht. Hallo. Toast. Alter, Max, du hast ein Gadget, bitte. Ja, aber gegen Grom bringt das nichts. Der hat seinen Vierfachangriff eingesetzt. Ja, der Normalste. Nice. Ja, einen davon reflektierst du ja trotzdem. Okay. Okay. Was macht die denn? Interessant, da ist ein Star von ihr. Ich glaube, Max ist 0,255 Schaden. Ja, das ist... Ja, es geht wieder so mein Tag. Perfekt. Es geht wieder los. Sehr gut. Wie gut du das prediktet hast. Ich habe aber auch hart kassiert. Wieso drückt man nicht Ready-Up? Ja, ich muss zur Gadget wechseln. Es geht wieder los. Es ist wieder so weit. Ich habe Morten geholfen, sein Angelo auf den 30. zu pushen gestern mit Sam. Und... Ja, gegen jedes Game auch, wie du, Max. 0,2, 4,000 Schaden, 0 Schaden. Also dauerhaft. 100, wirklich mehrere Stunden lang. Alles, was ich mit... Ich muss links sein. Alles, was ich mit Nani kann, kann ich auf dieser Map nicht einsetzen, weil ich nur diese Zweierschüsse habe. Wenn du die halt rauspushst oder die nicht pushen, hast du halt den Dreierschuss. Nur in der Mitte halt. Du lässt die quasi kommen. Oder du chipst die halt Lams und den Daumen. Wie als wärst du so ein Miner. Der Miner-Vergleich ist gut, ja. Ist nicht? Doch. Ist doch ein Mega-Vergleich. Ja, ich weiß. Hilf mal links, Big Spin. Ja. Stark. Maschine. Hilfe, 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 Hilfe. Murder, Murder, Big Spin. Wieso steht Big Spin in der Mitte? Ich bewege dir tot. Wenn sowas wieder... Wenn sowas wieder... Max... ...blaß Random in eine Ulti rein und dann nimm dich Mörder. Max, wenn sowas wieder passiert... Zwei HP. Dann werf dein Ulti einfach gegen eine Wand. Die erste Wand, die du siehst, damit du schnell aus der Ult rauskommst. Ja. Murder, Big Spin hat mal seine Lane unter Kontrolle. Egal, ich... Also... Ich kenne mich beim Brawler nicht, oder? Ich kann kein One-Shotten. Ja, zu wenig. Es wäre umso lästiger gewesen, wenn du den Killer-Rekchi gemacht hast mit dem Piercing. Ja. Schade, wäre geil gewesen. So. Jetzt haben wir den Salat. Ja, ich kenne die Ulti. Die... Melody? Ja, ich kenne die. Ist gar nicht gut. Jetzt kriege ich die in die Fresse. Zack, da halt. Hinten wir. Mies trocken. Treffung. Wo sind denn die? Melody mit links. Oh, oh. Wie viel Gadget hat der Sprout noch? Du bist der Sprout. Oh ja, der, der... Der hat nämlich... Oh mein Gott, Marc. War gut, ne? Das war Loki wichtig, ja. Der Kollege der Graeme eigentlich. Weiß ich. War eine gute Idee. Schieß mal den Anten ab. Schieß mal den Rico ab. Einfach du den Rico, ich bekomme, ja. Und bleib hinter der Wand hier. Nice. Nice, ich bin. Das ist so geil, so eine Stimme, Kling. Das ist sehr gut. Herrlich. Nice. Jetzt, 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 mit Sprout. Du musst wirklich bei uns das nutzen, mit den Wänden, sonst ist es sehr schwer zu dürfen sein. Also, du siehst, bitte, ich schläge es mal gleich an, wo du ungefähr bounced. Die Wand hier, dagegen bei uns dann, auf der andere Seite. Nee, 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 von, genau so. Aber auf deren Seite, dann kannst du besser um die Ecken schießen. Sonst wird es immer kapisch. Den Nani hat immer ein bisschen Cycle im Spawn, Max, damit er mehr Schaden macht. Okay. Eine Drehung im Spawn einfach nur. Mach mal eine Wand in die Mitte. Ich finde, ich kann mir Rico toll haben. Weil der Grey hat keine Geldes mehr. Noch höher, noch höher. Genau so, okay. So ist es auch. Er macht gleich wieder so Wand-Tricks, pass auf. Er kriegt gleich. Er hat keine mehr. Er hat keine mehr. Ja, ja, Rico macht Wand-Tricks. Er ultet gleich wieder gegen die Wand. Guck, da ist er, das war er. Das war er, echt, das war er? Das war der Wand. Ich wusste ich gar nicht. Achtung, ich kippe jetzt. Lass jetzt beieinander stehen, er kann uns nicht beide killen. Zack. Ich hab' ein Problem. One we one. Doch nicht, Max ist am Leben. Ich hab' über 1. Oh, gutes Gerte, Max. Oh, einfach Max. Gutes Gerte, Max. Ich hab' die Wand frei gemacht. Was wollt ihr? Zwei Kills, mindestens. Da, Starspieler, Spotlight, guck mal hier. Bam. Du musst nicht Schauffieler. Ja, aber Spotlight hab' ich bekommen. Drei, zwei. Gleich ist jetzt die Big Spin. Gute Runde. Schreib' ich auf. Aber lacht ihr. Du hast wichtige Kills auf dem anderen Ding. Du bist eigentlich Spannspieler. Ich hab' Schaden vor, ich weine zusammen. Ja, aber ich hab' Spotlight-Spieler, das ist noch krasser tatsächlich. Das ist das beste Play des Matches. Spotlight, der denkt einfach neue Mechanics aus. Naja. Am Ende wird immer die beste Szene des Spiels gezeigt. Da wird meine Szene gezeigt. Spotlight-Spieler. Das ist nur bei FIFA, wo die sich jedes Jahr neue Rollen ausdenken. Ja. Ah, aber den stimmt aus hier. Das ist für das gleiche Kack-Team. Dieses Aufschreiben. Ich muss das aufschreiben. Von den Katarasten, sonst auch. Ich hab's einmal aufgeschrieben, aber nicht abgeschickt. Bin geweint. Die müssen sich da zwei Stunden lang, die müssen sich da zwei Stunden lang Pro-Stars-Sans. Dein niederklassiges Gameplay reinziehen. Das haben wir gut gemacht zusammen, Bix. Das war ein Double-Kill, quasi. Also, ich push mal. Wir nennen das einen Pinch, Max. Ein Pro-Stars-Sack. Ja, die haben wir auf jeden Fall Hard-Pinched. Also, wenn du, genau. Wenn du 2 gegen 1 spielst, ist das immer ein Pinch. Und wenn die von 2-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack-Sack. Was macht man, Bix? Ich auch. Okay, Max. Das war eine gute U-U-U. Also, genau die Ulti-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Und die ganze Nacht gestern gemacht. Betrefft mich, eine 50 HP Hilfe! Die sind nicht schlecht. das gadget ist so weit also ich weiß nicht was der gadget ist wirklich wie soll man das deutschen eingetroffen genau jetzt einmal umdrehungen machen nicht dass du die wandkörper triffst und dann macht ihr mal schauen er ist eingelaufen die sau hast du ihn bekommen natürlich beide von der leichen machen müssen ich habe fast beide getötet hast du hast müll gemacht macht du bist so weit ich hab die dings auf hälfte leben das war scheiße grenzt werden mit zwei leute rein muss man ein bisschen geduldig sein mann nur weil die low ist die kann auch heilen das weißt du ja aber wenn wir sie töten ist sie tot der echt dass wir beide über mitte gepusht hätten wir sie getötet ich kann nicht über mitte pushen wenn er noch eine pipe ist genauso wie du vergessen mag das immer links ja das ist leider die grundregel warum steht ihr alle in grom digga ich kann nicht gegen grom wenn wir seiten tauschen extrem stark hier auf dem das ist das hier für ein brawler von mir was das ist ein fernriere bus das geht der kette schon gefehlt geil jetzt können wir pushen das bild max ich kann nicht nur einmal in meinem leben pushen aber ich kann sie töten wenn du willst um wieder zu spiel kurzen sohn und schau dann zehn runden kurz verlieren das war klaus das war klaus vor apokalypse hier das ist so schrecklich ich muss dreimal im spawn rumfahren meine ult aufzuladen und dann kriegt er immer den spawn zu verteidigen und dann streit er mich an und dann habe ich mir die ult gegen die wand gefahren hättest du dich früher gegen die wand gefahren hättest du auch was machen können also du hast weder gegen die wand gefahren noch hast du jemanden getroffen das haben wir nicht das wichtigste ich glaube das wichtigste ist dass du einfach den ulz nicht nutzen darfst also ja die ulz brechen mir echt das genick die ulz brechen uns alle das genick hilfe ich hab mein gadget noch rausbekommen so krass hilfe das ist ein kracher ne ich hab der mensch gemacht ich finde wir sollten auch kit und irgendeine scheiße spielen ich kann vielleicht ich habe noch welche mit den tod gerissen mir sag es nicht willst du ich kann den angelaus packen ich kann auch wechseln ich kann auch wechseln wir sind tiefer als da wo wir gestartet haben ich kann auch grey spielen zum beispiel oder was anderes eigentlich sollten wir gegen sowas nicht verlieren solange wir uns nicht treffen aber wird kritisch wir müssen so pushen bis wir hoch genug sind für den angelo grom ist 1250 groß und dann können wir die letzten 50 oder 80 mit angelo pushen geil ihr müsst eigentlich immer ein 2 gegen 3 gewinnen so müsst ihr euch das vorstellen aber du kannst doch nani ja ja aber auf der map ist hart es ist eine sehr geile map hin auch nicht es kommen ja nie 3 es kommen ja nie 3 äste an die habe ich rangeziehen ich muss unbedingt links hätten ja ich habe mir jetzt geholfen aber nice nicht reden wir ganz gut alles gut die wände nutzen wenn du den so versuchst zu treffen hinter der wand ja ich kann jetzt aber nicht treffen weil ich habe alles zu sein gärtner zum beispiel dazu da über den mann das spiel für dich macht ja sowas so war richtig der spiel die weniger schaden im ersten schuss aber nur beim ersten schuss holen wollen die idios auf entspannt keine chance werde ich rauslaufen wenn ich drinne bleibe tötet mich der angelo der angelo spielt verdammt gut der spielt crazy der angelo der spielt crazy der angelo der spielt crazy der angelo crazy bad das war leider einen höhenflug gehabt 1x1 würde ich gerne machen ja ok komm gute bouncers genauso nice gute bouncers ah schade gute ult gut kann man nicht sagen man spielt einen guten stiefel gerade ui sauber nice sauber 7000 damage nice weiter ok du musst einfach mal defensiv auf die maxx also die map ist wie gesagt nicht zu offen die ist aber offen genug dass du hier spielen kannst und du darfst halt nicht hoch werden solange keiner von uns ein kill hat oder den wirklich in den spawn gepusht hat darfst du nicht über die mittellinie gehen ok immer hinten bleiben hier bist du hast das match-up des lebens dein werfer richtig geil macht das leeren geht auch noch besser ist das karl ja jetzt zum beispiel haben wir alle druck um die kanale hochkennen aber ich habe hier unsicht bei mir drin ist auf einmal der nicht nur angehen es ist gar nicht so viel davon ob die gegner kontrolle auch wenn man lernt wie auf dich hat max dann ist es schuld weil er nicht die korte gehen hat dass er leon getrieben als betrifft bitte oder geht es doch muss aber jungs das soll angeschossen kann ich mir direkt starten die wand aus zum beispiel wenn du das so sechs sekunden lang keine chance für das so smart gespielt er hat seine er hat seine er hat seine sein klon eingesetzt um meine schüsse abzufahren hat mich auseinandergenommen keine chance gehabt wie viel penetration schoss hast du noch 0 oh mein gott wie krass dodgst du das ist wenn man einfach besser ist oh mein gott was hast du gemacht dann muss doch mal zurück zu den basics oh mein gott was hast du mit dem legendary rt star power rt und seine beine allein im geteilten zustand 20 prozent weniger schaden klingt irgendwie schwach ist ok ganz kurz so solange du dich das art garrett ist was komplett useless ist und selbst die devs sagen dass das shit ist ist alles ok ja kurz ipad wechseln ipad wechseln ist geil das neue kommt bald raus ne ja das werde ich mir holen ja ich auch das kam nach zwei jahren oder so kam endlich mal wieder ein neues ipad jetzt kann ich angelo nebenbei tilten ok medgar aber edgar ist eklig solange du einen 5k auf ihn triffst ist alles gut du kannst ihn auch mit deiner ulti lockbacken machen falls du wirklich zu sehr aufgehen ach dicker hilfe so ich kann es nicht ausweichen der wirft es genau so schreck dass es nicht geht edgar ist wirklich weit hier aber der edgar ist ja auch richtig gut wieder wieso ironisch man 3 geld ist gewastet krass ja super 3 geld ist für eine runde ist ja geil schweißt du dir noch druck hat das warm nö nö der kommt ja nicht äh guckst du den netter machst das stimmt nach jetzt dass das brauche ich nicht nachschluss das war eine gute wand eigentlich ja ja das ist eine lucky wand das war das für ein team digga was ist das denn wir müssen halt einfach so die necker zusammengreifen haben wir haben wir guck mal wie alles trifft blickspin stand alleine am anfang dann stand du in der leine und dann stoppt dann nicht schlagen aber was sind das für gegner die wand war so gut hätte er keine halbertsche kassel das ist halt teamplay ne nein der edgar ist einfach alleine reingesprungen genau weil wir alleine stehen man darf nicht so stehen hier jetzt gegen modus modus edgar wir dürfen einfach nicht auseinander stehen einfach zusammen spielen max links blickspin mit links und ich mach runter du stehst aber nur hinter der wand wixmine hilfst du auch so zu sagen wirklich hinter der wand ja noch mehr du kannst genau hier drin stehen wixmine genau hier drin lass mich hier drinnen die bell darf uns nicht so füllen max das geht gar nicht die wer? die bell okay evdgas drin b d oben max so old ways haben wir gewonnen mhm das war doch super einfach links wer auch immer links ist max muss hoch okay Das ist geil jetzt. Einfach Bell holen. Du hast besseres Gadget, du hast besseres Damage, alles einfach besser. Ich bin einfach nur zu Big Max laufen jetzt. Die Headget war Wasted, Max. Ach, der greift an. Ich habe die Bell übertrieben aus anderen genommen gehabt. Die ist weggelaufen, die war auf 1 HP. Big Spin. Hm? Die ganze Zeit, die Bell sind Schüsse weiter, Mensch. Haha, wie sauer. Ganz cool, Hälber. Danke, noch Modus? Big Spin, ich will doch nicht einfach im Aufenten stehen, im Gas. In welchen? Oben, Mitte, oben, Mitte. Oh, schuldig. Nice. So ist wichtig. 1-0, entspannte Sache, direkt wieder über die ab. Nature. Ohne lange Klimbim. Max? Warum hast du kein Playgen gedrückt? Ja, ich habe im Menü direkt, aber instant, eine halbe Stunde vor euch. Ja, eine andere Map wäre schon geiler im Knockout, aber die ist, in eSports ist die eine meiner Lieblingsmaps, ist sehr geil zu spielen, weil du hast wirklich drei Lanes, wo du spielst. Und wenn du halt besser hast, dann einfach bist du. Aber das ist ja voll schlecht. Wenn ich mal den Laden verliere, dann seid ihr sofort gefickst. Genau, genau. Aber in eSports ist halt so geil mehr. Wir müssen noch einen Modus spielen, wo du alleine gewinnen kannst. Aber hier, in Knockout eigentlich. Kannst du dich ein 1-King-Gang gewinnen, oder? Doch, Knockout ist ja einfach so ein Modus dafür. Ja. Weil der Beste besser gesagt. Kann uns bitte ein Crow nicht pushen. Crow pushen. Crow pushen. Crow pushen. Keine Range hat kein Damage. Und keine AP. Pushen uns. Was soll das denn jetzt hier? Ja, ich mache zu, damit der Mord ist uns wichtig. Jetzt bin ich tot. Äh, Max holt mal die Papperschein. Wichtig. Jetzt bleibt man hinter der Wand. Warte noch. Warte noch. Ah, nicht mehr. Ich habe den Geld durchgetroffen. Ich habe rasiert. Okay. Ah, Big Spam bleibt mit... Dass der Mord ist uns nicht töten kann. Und Max, genau deshalb brauchst du auch kein Shield Gear. Weil der Mord ist jetzt nur 3 Schüsse, brauchst du da 4 Schüsse um dich zu töten. Das pushen wir. Crow low, Crow low. Der Loser. Der Loser. Ich habe hier der rechtlich jetzt, Max, bitte. Sag, noch einer kommt. Da noch. Jetzt noch einen. Wo die Pushen, die anderen. Big Mark's. Ich kann nicht sagen, ich sei sie weggeschossen. Was? Ich bin Opfer. Alles gut. Ne. Doch, du hast mich geopfert Ja, manchmal ist das gut Wenn ich Hyper hab Dann gehen wir rein, ja Wir machen jetzt hier the wall Super, super, super Ich versaufe immer meine Spielzüge Kannst du den killen? Nice, stark Nice Das war eine richtig gute Runde Die war echt gut, man Habt sehr gut gespielt, Jungs Strecklich ist eine Wand, ja, ab wieder 3, 2 ist super Das kann sich sehen lassen 867 Kann gar nicht sein Wir sind immer noch da, wo wir gestartet haben Wir machen jetzt die Windstree Wir haben halt zwei Looses gehabt Die überhaupt nicht dacht sein dürfen Ja, das stimmt Egal, jetzt geht's aufwärts Ready up, ready up Nur noch nach vorne, Jungs Big Spin Endmenü steht die ganze Zeit Endmenü Ach, fick mich doch, ja Ja, weil wir beide auf Play Gang gerückt haben Aber Max war noch im Aufschreiben Ja Ja Ich schreibe auch auf, ich weiß gar nicht wie du so unkompetiv im Aufschreiben sein kannst Ich muss am Ende des Games meine Rede halten und dann muss ich aufschreiben Deine Rede halten Erstmal selbst zwei Räucherungen und dann wieder aufschreiben Erstmal erzählen, warum ich und wann gut gespielt habe und dann schreibe ich auf Es dauert Meine Rede geht schon so meistens 2-3 Minuten Die Pflichten sind schon erdrückt Ich werde gleich mit Spaß mit angelogen Ja, das war gut, so war der gut Gut Was macht der Affe? Was macht der Affe? Nein, vor dem Oh, nee, heute ist holen ausverkauft, egal, ich schaffe das Zeichen 3 Sag mal auf, ich hab gar kein Glauben Ja, ich treffe keinen Schuss, nice Ja, ist das halt Miko, ne? Nein Ja, guck mal, nein Ich darf grad Was war das? Ich hab ne Wall gemacht Du fix dich immer mit deinen Wänden Ja, das war auch Das Spiel davor auch schon, ich kann meine Shots nicht treffen Ja, die Wand war Müll, das ist richtig Die Wand war troll Also sie war wirklich pure, gigatroll Gebe ich zu Ich hab die Wand gemacht Und im selben Moment hab ich realisiert Die haben zwei Wehr vor dem Miko Nice Nice Jetzt aber, komm Go, go, go Ja, Miko, komm Okay Nice, nice, stark Stark, stark Oh, nice Semantic, super Ich mag natürlich einfach Play Game Pass Die ganze Leben schon Was? Ich weiß noch nicht mal gesehen Das ist ja schrecklich Das ist fast da Wieso spiele ich so oft gegen Grom? Was war das denn? Oh, die Lariot Lariot Das müsst ihr jetzt haben, ne? Jungs Wir sind da Lariot Big Spin Wer auf den Wall Der kann nicht weg Das war smart, Big Spin Stark Hä, wenn man spielst du mit Gehörn Super Stark Mit Gehörn Ich bin Elch Geil Krass Ein Elch einfach Smart Play Game Das war mal richtig Also muss ich sagen Das war heute der smarteste Play von Big Spin Gut, dass wir das Gut, dass wir erst 20 Spielen Was kann denn Hypercharge? Gar nix Der kann mir Damage und Speed geben Und er kann die Ulti Schaden machen lassen Wir gehen da reinlaufen Aber das bringt natürlich nichts Damage und Speed Ja, das war's Die beide ich mit zusammenspielen Wir müssen wieder gegen die Mordespiel Max Ansonsten Kraft Du könntest ein bisschen höher jetzt Oh nein Das wusste ich nicht Was ist keiner? Max Bleib mal mit mir bitte Bleib in der Mitte Der Map Wir warten auf Leke Einfach in der Mitte Der kann nichts machen Wenn er reingehen will Den Und wenn nicht Dann stirbt er vom Gas Wir warten jetzt Wir spielen das ready Max Komm her Bleib da einfach steht Du musst nur stehen bleiben Aber das spielen wir doch so oder so Guck mal wir können doch jetzt so curve Ja, aber Safe spielen Ich will nur curven Curven mit Voice-Track ist wirklich Das ist wirklich legal Was hast du schon wieder? Das ist eine ganze Zeit krank Ich bin immer noch krank Das verschleppt er Ja, ja Ich war fast gesund Und dann mussten wir Acht Stunden Drehtage Binden Ist ja wohl endbillig die Taktik Ja Ja, das spieligste Wenn wir treffen Ist alles egal Siegen wir die Aber Ich kann nichts tun Ich kann einfach nichts tun Komm doch Woran hat es jetzt hier liegen? Wir treffen den Mordus nicht Wir werden uns einfach durchführen Das geht nicht Oh ja Oh ja Oh ich hab Bock Ich hab Bock Machst du Max Weiter rein und du wieder Machst du 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 Was dummes nicht Jetzt wird ausgepackt Soll ich auch switchen? Soll ich vielleicht Tick spielen? Wir haben null Trophäen gemacht Null Kannst du Tick spielen Kannst du Tick spielen Aber jetzt wird ausgepackt Ich muss an der Stelle Big Spin zu 100% Schuld geben Warum? Ich will einen Brawler von 400 spielen Auf 800 Und du sagst Wir machen von 800 auf 1000 Und dann geht hier gar nichts So meint ihr welcher Welches Ding? Tick Schädel? Mythische Ausrüstung? Mythic Mythic Shield Ausrüstung Anderes Gadget Anderes Tapu Ich will jetzt als Big Spin mal Triple Care Line machen Ich bin der Werfer Samantha, kannst du das mit erklären? Amin mit Sprout So ein Chaos auf Sprout Mach dir schon ein 1 gegen 3 Ja, Chaos, Bro Der verliert aus dein Geld damit Dass er krass im Spiel ist Du würdest auch ein 1 gegen 3 Sprout machen, Mann Will ich auch Ich hab Batsangelo Wenn's vorbei Wie viele Trophies hast du mit Angelo? So 20 ähnlich Er hat alle Ich würde hier auf der Map So gerne Tick spielen Liebe Tick Ich bin der Werfer Kein schuss rein weil ich immer nur den zweier treffe Wenn du zweimal nur den zweier treffst, ist der Tuch Max Rast, töte Kopf, danke Leute, habt noch ein Key mitgenommen, oder? So nervig Wechsel mal den Max Bis du den Anschluss hast Ja, wieder einen Anschluss Du hast eine Riga schon drauf Der kann nicht weglaufen Ich gehe auf eine über die Fasse Dreh Gold Ich weiß nicht, warum ich gestorben bin Nein, ich stehe hier gar nichts Am Gift, glaube ich Oh nein, kannst du ein Ticket, danke Du musst bezahlen Ich merke gerade, dass ich mit der Star Pro einfach so ein Ticket tanken kann So ein Tick-Ding zum Schuss und einfach durchlaufen kann Und das rafft er nicht Ja Oh, ich liebe Tick Ja, ich fiel ihn schon, aber trotzdem Das lohnt sich schon für den Pleasure Weil auf einmal haben wir so eine krasse Position Ich glaube, das lohnt sich schon Ja, kriegt er schon Nice Sauber Super, super 0-1 Wieder gedreht Plus 7 Dann komm ich hoch Äh, kopf dir mal wirklich mal deinen Schild, Max Ich glaube, das wird dir helfen, dass du nicht so leicht load Er hat auch Schild gear Nein Ich hab's hier, ich hab's auch ausgedeht Er hat Damage gebt Er hat Damage gebt Ah, plus 1 und Schild Ja Das ist nämlich zu low Nehmen wir Weil zum Beispiel so ein Tick kann ich halt mit einem ganzen Schuss Äh, weniger töten, wenn du das Gadget nicht hast, das Gear Also ich sag, auf Tresor Raub bin ich insane Sind's Max? Äh, Tresor Raub braucht leider mehr Gamesense Und du musst halt dann TP spielen, was ich überhaupt nicht Du musst gucken, wer durchläuft und so, wann du durchläuft Max, du musst bei mir bleiben, bitte, ansonsten kann ich die Miku Was ist das für eine Scheiße? Wir kommen doch voran, Grußhoff Was? Wir kommen doch voran, alles gut Das ist so mad Kannst du den? Ja, super Glaub ich die nicht bekommen, die Kill Glaubst du nicht, lasst du den? Damit du ne gute KD am Ende hast? Nein Den würd ich nicht nehmen Halber da Selber da oben, beide Und raus jetzt Gutes Geld entwechseln Ja, ich dachte, vielleicht pusht der rein Oh, ein Kill Boah Der Damage wird zu 100% reflected Byron macht's halt keinen Sinn Ja, nicht zu 80% Aber bei Byron macht's keinen Sinn, weil der macht Poison Damage, ne? Der macht am ersten Schuss wenig und danach macht der Dot den Reflection nicht mehr erst Hm, okay Ne 2-3-Ticks hat Ah, guck Ja, sag ich doch Ne, das was du meintest war mit Anschluss Oh Nein, nein, nein Das ist ja Poison Damage Also für mich ist das Poison Damage, was der macht, aber Ja, egal ist das nicht Ja, egal Die machen eigentlich das gleiche Frank, Kit Die haben Frank, Kit Also ist das dumm Wir müssen da jetzt unbedingt rein pushen am Anfang, bevor die Ult hat Jo Reine, reine Hallo Frank Oh, der Titte kehrt hier ab Nochmal los, es beginn, mögen die Spiele beginnen Ja, fein So kein Bock Was machen die da? Die sind so sauer Haha, ja Die wollten irgendeine Spezialtaktik machen, ne? Ich habe Spielspaß Genau Ja, du Tickbass Ja, die kommen jetzt auch gleich rein Uji ist da, Uji ist da, Uji ist da Uji ist da Putz dir, putz dir Nice Da ist ne einer drin, ne? Ja, da ist ein Fan Auf die Dungs Der ist ja gleich ult, wie ein Idiot Aha Okay, nur noch ein Hit Spielt zusammen, dann ist alles gut Ihr dürft auf keinen Fall meins gegen eins spielen, sonst verliert ihr das Solange ihr zusammen bleibt, gewinnt ihr das Ja Easy Und nicht für den Nacken Nice Nice Und ulti rein und zack, oh tot Totas, Misty Ja Alles vollgeballert, easy Tick ist so geil, Digga Ich liebe Tick Ich würde so gerne Tick auf der Map spielen Und ihr, 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 ihr gebt immer den Lieblingschamp Und ich kann nicht diesen Dreierschuss machen, weil die Web zu schmal ist Aber wenn das dein Lieblingschamp ist, warum hast du denn auf 240 Mock Trophäen? Nein, nein, das ist mein Lieblingschamp Ich bin so eifersüchtig auf Tick Setz mal deine Wand Deine Ulti einfach gegen die Wand links auf Äh, links ein Damit du die Lane bisschen größer machst Ja Ja Das will ich machen Ja Einfach halt ungefähr Dagegen Und dann auf deren Seite auch und dann hast du ne Kampfspiel verlinkt Okay, die haben hier Bock irgendwie was irgendwie gewohnt Oh, ich hab Dicks bei Ich kann aber rein halt Aspektlos Da ist Max Okay Hä? Bro, BigSplid hat keinen miss gepault No SS mit? Ich schreibe in All Chat Halt dein Maul JungleDiv Ja, wirklich Ja, es ist krass Ich hätte immer von BigSplids Lane gepusht Der normalste, der normalste, Digga So, man, Zeck Ich ziehe alle durch und ich weiß, wie viel Schaden wir machen Nun Ja, ich kann nicht nach vorne, jetzt kann ich nach vorne Oh mein, alter Lachs, okay Ich wurde kurz genommen Hast du Max, ne? Hat er echt, passt Oh Ich komme Pass auf Max Ich bin am heilen Sprout ist gescannt aber wild Digga, nervt doch nicht Was soll ich mal machen Boom Hab ich mitten tot gerissen Absichtlich Okay, der spielt gut, der spielt gut Digga, wieso trifft der das? Wie krass Ach Wer sind die? Wer sind die? Wer sind die schon wieder? Der hat viel zu low AP Hier müsst ihr doch mal anerkennen, wenn die Gegner gut spielen Ich meine ja Der hat vorhin sogar das Gras gescannt Der kennt nichts Der tryhardt das komplett Das braucht's gut, aber der Rest ist ein bisschen dirty Und der geht auch die ganzen Wichsen, hol mal bitte den Sprout jetzt Wir spielen die Werfe gegen die Werfe, das macht keinen Sinn Geh rechts, Bixspin, rechts, Bixspin Nichts, Bixspin, Mann Lass uns mal heilen So, wichtig, jetzt mal Zack Nice 2-2 Nicht aufschreiben 900 Da wird kurz überlegt Ja, die kurz Guckt und dann nicht Hat die schon ne Hand in den Stift und dann nicht Nikolai, danke für 34 Monate, Mann Wie kannst du eigentlich, dass ihr auf einmal um 23 Uhr abends Browser spielen wollt? Das war Bixspin Da war Champions League vorbei Bixspin wollte erst Dortmund gucken und dann daddeln Gehen wir nach rechts, Max? Normalerweise geht immer noch immer Spawns Oder Matchup Okay, was haben wir denn hier schon? Na Pearl, okay Interessant Bitte? Ja Rechts ist Miss Ja, du bist eigentlich gut gegen die, ne? Was weißt du? Kannst du was machen, bitte? Gemoved hier, Open World Scheiße, was macht wieder? ganze Weltreise Die ist zu krass, die töten uns alle drei Wie die ist zu krass, man Du leust nur rum wie so ein Evisi Kannst du irgendwas machen? Nice Gutes 1 gegen 3 Jungs War wichtig Nice Sehr gut Max, ich brauchst viel Geldes, ne? Du kannst gerne auch manchmal, besonders in der ersten Runde zwei wasten Sehr gut Sehr schön, jetzt haben wir Kontrolle Können ein bisschen nach oben rufen Zap Super 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 Nochmal getroffen Zack Digga, die ist so krass Max tot Slow Auch tot Und auch tot Wie lange hält mein Gadget, weiß das einer? 0,2 Nice Nein, so lange, länger Du kannst mir auch keinen Kill Keine Kill setzen Keinen Kill 911 Okay, wir kommen voran Ja, weil ich Oranjo bin jetzt Ja Ja, und Big Spin ist endlich mal Tick Tickspin Ja, Tickspin Ich muss mir auch ganz klar sagen, weil wir 200 hat einen Scheiß getroffen 2 Sekunden Max Hammer Boah Das ist ein Dissuspekt, das ist echt Dissuspektiv Hungry Gast lang für 40 Monate Dein Gadget hat 2 Sekunden Max Okay, das ist viel Nein Das hat damals 7 gehalten Oh, okay Und zwar viel zu blocken Das haben die gut genervt, dass du die jetzt ist nur noch als Mit Reaktionszeit angetrennt Okay, die haben wir erst gehabt Bisschen aufpassen hier Wieder zusammen, wollen wir wieder groupen lieber? Ja, wir groupen Aber nicht zu sehr Die werden nur Nahkampf scheiße Ja, wir haben sie Ja, wir haben sie Get down Der Senjump gefällt wie ein Idiot, ist das krass Nice, sauber Jungs Geil Ich habe übertrieben krass die Bibi getötet, gleich ist euch das nicht aufgefallen Nee, tatsächlich nicht Nee, tatsächlich nicht Wieder Schon wieder übertrieben krass getötet Hallo Wer ist da? Wer ist da? Leckt mich, das war so krass Zweimal aneinander Immer einen rausgenommen Immer first game Guck mal hier was ich da machen Zack Und zack Und dann geh ich zurück Mach ult fertig 3-0 Beste Plaggen 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 Nein aufschreiben Er muss aufschreiben Ricks bin alter Lamsung musst du nur Hits drauf haben Nein, er schreibt Was war es jetzt? Hast du dich getressured 2922 2922 solid Und jetzt geht auch Ich hatte sowohl die besten Stats Ich war Stats Spieler Und ich hatte Spotlight Spotlight Spieler Und wenn du mein 922 Was denn? Ich bin Stats Spieler und Spotlight Spieler 3-0 Ja? Ne, du hast gerade gut gespielt Ja, das ist ja so gut Stimmt Man will dich gar nicht in Frage stellen Oh, die haben Melody Okay Gegen Tanks bist du irgendwie deutlich besser als gegen Sniper Ja, logisch Ja, ja, weil die Sniper halt ihn nicht out snipen können Also die Sniper können ja noch zwei, weil die Tanks nicht Klingt plausibel, I guess Aber Nadie ist gegen Tanks Oh, der trifft, jetzt ist sie tot Nice Also Nadie gegen Tanks musst du wirklich jeden Schuss treffen Ja, ja Da ist Cordy Mordi Da ist Cordy Mordi Cordy Mordi hat Bock Cordy Mordi ist down Zack Nice Jetzt ist es doch mal Jetzt sind wir online Jetzt haben wir ein Fußballspiel Da sind wir aber auch nicht so verkrackte Gegner Ah, Hilfe Wo bist du? Wo ist der? Wo ist der? In der Mitte bei uns In der Mitte bei uns Nein! Ganz links hinten In der Mitte bei uns Bist du am Shep oder was? Mann, ich war im Kampf Mensch Weißt du nicht wie das Spiel geht? Nice Stark Doch ich weiß wie das Spiel geht Aber in der Mitte bei uns Aber in der Mitte bei uns ist wirklich ein Call Wo ich wirklich plackige Alter, die Siegeserie schiebt übertrieben Ich muss noch nach ein Game raus Was? Damit ich meinen Anschluss töten will Ich will ihn nicht rankreißig haben Das ist ein Wünsch rankreißig zu haben Das verstehe ich nicht Das ist Symantec Logik, muss ich nicht verstehen Das ist Symantec Logik, muss ich nicht verstehen Symantec hat gestern die ganzen neuen Ball auf Null Das ist sein Lifestyle Oh, drei Masters, Digga, das wird hart Tick, Piper und Kids Ich finde deren Matchup besser Ja Piper Wir haben ne Piper, Max Ja, sollen wir Seiten wechseln? Ich geh da jetzt hier durch Das tut mich nicht Max, wir haben ne Piper Ah, okay, das ist ne Melody Deren Tick zerstört uns Nein, deren Tick ist Pushback, Mann Fokussier dich mal Ich hab nen Kill mal wieder Ist auch meiner, Max, aber ist okay Einmal bisschen Symantec, ähm, muten im Discord Mod Oh, bin gleich los Noch ein Kill schon wieder Kann man dir helfen, Rose, ne? Okay Wieder Damage gemacht All or nothing Zusammen bleiben Oh, was macht ihr da? Hallo? 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 Mann, Big Spin! Mann, Big Spin! Mach doch zusammen Digga, du bist der Uwe, wirklich Big Spin, Big Spin, bleib doch mal bei mir! Halt doch mal den Maul! Nein, Max, rein Kann man so verwirrtet sein, Alter Digga, Big Spin, du musst einfach bei mir dranbleiben Wir hatten sie doch Wir müssen zusammenbleiben Wie lange kennt ihr euch? Big Spin rennt immer so schnell wie es geht von mir weg Wie lange kennt ihr euch? Ich habe Angst vor dir gehabt, weil du rot 4 bist Keine Ahnung, seit einem Monat, ich weiß gar nicht wer der ist Na? Das sieht ziemlich auf aus Keine Ahnung, ey Der war vor einem Monat auf einmal Discord Und der Zwiebelkler die ganze Zeit im Brawl Start Keine Ahnung wer das ist, Alter Irgendein Viewer hat sich mein Discord gehackt Ich kassier hart Du, nicht der Einzige Können wir bitte die nicht Hilfe! Hilfe! Du, Hilfe! Du bist Nani, du musst das Ding töten jetzt! Jungs, ich bin down Du bist down, oder was? Ja, dann ist vorbei Ja, Digga, dann ist es vorbei Hä? Ich hab nicht auf die Du sagst einfach Hilfe und läufst weg, Bro Du hast nen Schuss auf der rechten Seite Max, du musst den In-Game-Spins müten Sonst kriegst du den Copyright Strike Ja, dein Cutter muss Baby Shark raus Viel Spaß da hier Go, 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 go Wir haben verloren Wir haben kein Ulti Go Wie kann man sowas sagen? Ich bin tot Guck, ich kann nichts machen Ich bin in der Ecke Und ich kann, man kann den Tickshot noch nicht mehr ausweichen Wenn man so in der Ecke ist Ich kann den nicht ausweichen Ich hab dir nicht geholfen Ihr seht, wie ich in der Ecke stuck bin Und der Tick auf mich zukommt Ich hab mal gedacht, das wird irgendwas kochen Weil die hat noch keine Ohl Zu lange will die keine Ohl dazu werden auch nicht So, der Fett tut gerade Aber dafür geht das auch nicht So, ober So, ober So, ober So, ober Ja Ja, Spieler Ja, ist zu viel Ist zu viel Ähm Ja, Max, du musst die Prinz bieten Sonst Wenn die Copyright Äh, wenn die Baby Shark Minus 10 Wir machen mehr Minus als Plus Nix Das ist ne krasser Erkenntnis Das ist ne 100 Mit Winstreet machen wir Genauso viel Ja, mit Winstreet aber Wie kriegst du minus 20 Links Wieder, was ist das für Link Und das war an Chef Strobel angelehnt Ey, bitte, Mann Ich kenn's nicht, hallo, ich kenn's nicht Du kennst den Chef Strobel, ach Ich kenn den Chef Strobel, aber ich kenn den Mim nicht Das ist ne, das ist das Das ist eines der größten Reams auf Das ist halt mir auf Twitter überall, das muss ich kenn Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich ficke normalerweise jeden Angelo Aber nicht, wenn ich ihm nur meine gammeligen Zweiershots rüber drücke Meine 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 Dreiershots Bündeln sich Und gehen dann Größer raus Als so ne Dreierwand Und das macht mich so OP mit Narni Und das habe ich auf dieser Map nicht Ich bin einfach nur am Feeden Alles was ich kann Mit Narni Kann ich hier nicht einsetzen Sehr, 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 sehr gut Zauber Das so geht Während Max mal kurz den ganzen Roman erfasst hat, haben wir ihn kurz gewünscht Wirklich, Max hat halt im Buch geredet Nice, nice, nice Schön Kascha gemacht Zauber Also Max, äh, sind wir euch helfen? Hast du mitgeräum? Ja Max Gadget Oh mein Gott, machst du ein Gadget Ich bin noch da großer Ich bin noch groß da Da großer Oh, Achtung, Achtung Der hat halbe Ult, der wird uns gleich Möglicherweise ballern Oh mein Gott, Max, die Ulti Nice Natürlich Ulti ich da, weil ich ihn Knockback gebe Ich gebe ihn Knockback mit der Ulti Das war ne richtig geile Runde Ich hatte auch normale Attacks und Gadgets Aber ich dachte mir Ulti ist smarter wegen des Knockbacks Damit Bigs wieder nach Töten sind Soll guter Play Das ist ja klar Das ist ja quasi basic von Narni Boah, letzte Sekunde auf Playgang gerückt So Sniper Duell Double Thrower Melody Double Thrower ist krass Da hätte ich den jetzt gerne auf Miko gesehen Was hättest du mit dem gemacht? Die Thrower, also Miko Modus Die können nichts an Hast du ja schon gesehen bei Benedikt Okay Schaffen wir So, vamos tu Oh Achtung Tick, 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 Tick 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 рассказ Solche krassen Reflexe Gadget, Autotap, Fertig Alles vorbei Mit der Ulti kannst du �اس hoffen Fassier Tick killst du auf Jedenfall Oder du setzt sie nicht ein, geht aus. Oh, was ein Kill-Stil! Hol den, Max, hol den! Nice! Boom! 2-0, schon wieder. Also ein Einklevitzung ist schwach. Hol den, Max, hol den! Das ist Backlose, weißt du auch ganz genau. Leute, für die, die wissen, was gerade abgeht, ich helfe gerade, Big Spin zu pushen und bin auf meinen Smurf-Account online gekommen. Weil er möchte Tick auf 500 pushen und er weiß sie jetzt ziemlich hart. Das ist das freieste Matchup, was wir bisher haben. Das ist so unfassbar free! Fuck, das Tick! Alle von uns haben so ein krasses Matchup! Was macht Max da? Hä? Der hat mich gejukt komplett. Aber ich habe sie alle geloht. Ich habe die Attacks rausgelockt und habe sie alle low gemacht. Das war gut. Fürs Team geopfert. Das ist Teamplay. Das war richtig Teamplay. Das ist Teamplay. Einfach mal greedy 1 gegen 3 reingehen und dann sagen Teamplay. Das ist Teamplay. Amin, solang es läuft, kann man es ja nicht widerlegen. Ja, so lang es läuft, ist okay, klar, alles gut. Aber wenn es nicht läuft, dann fragt es natürlich. Aber wir sind ja auch noch zurück. Ich habe ihn 7.000 Twitch gemeldet. Er wollte, er denkt noch, er denkt noch, er glaubt noch, er beliebt. Let's go! Na, Joga! Was macht der? Let's go! Mächtige Runde, da habe ich auch viele Kids gemacht. Ja klar, 4-0, zack. 18.000 Damage, geil. Winningstreak baut sich wieder auf. 954, komm! Wir sind nur am verdienen, Alter. Wir kriegen minus 10. Wir treffen nur E-Sportler, Mann. Haben wir überhaupt schon gepusht, Chat? Das ist knapp. Das ist so geil. Max, Gadget! Das ist vier Stück davon. Hey, Max, machst du was? Max, machst du was? Big Spin. Da läuft eine halbe Stunde ein Angelo vor dir mit 0 HP und du wirfst dich einen Attack. Du bist der Urwirt. Du laberst mich so voll, ne? Da sind immer noch tausend lebt. Der heilt sich noch nicht. Ja, Mann! Ich kann das mit dir nicht. Lass mich nächste Runde Ticks spielen. Du bist so ein Armat! Ich bin ein bisschen mehr. Du bist so ein Armat! Du bist so ein Armat! Du bist so ein Armat! Geil! Gell! Oh, das ist eigentlich okay! Lächerlich! Big Spin! Jaa! To! Wir haben uns einsatlich getraded. Magst du dich ins Poison? Das ist ober. Das ist ober, Chat. Das ist so ober, Chat. Der ist im Mist vor dir, Bugs. Genau, vor dir. 0-2. Wollt ihr mich verarschen? Minus 10! Du hast einfach nicht geholfen in der einen Situation, wo ich gepusht wurde. Wem hast du da hinten gestanden und nichts gemacht? Zweite Runde ist okay. Da hat er mich auch krass gepusht. Das war okay, das war stark von ihm. Aber das war jetzt wirklich... Also das war so deiner... Aber ist okay. I'll take it. Mannschaft passiert sich nicht gegen ihn. Minus 10 steht, ich hab fast wach. Minus 10 ist bodenlos. Ich mach jetzt immer nur Minus 6 oder Minus 7. Aber Minus 10 ist ne Frechheit. Kriegst du aber... Minus 12 oder so bei 35. Noch geiler. Der hat überhaupt keinen Bock gehabt. Oh mein Gott! Ja, vamos. Saubär. Bro, der war curved, predicted, out of Sichtfeld, mit Gadget Block. What? Was? Was war's denn? Und da wieder... Der Fieder steckt wieder zu. Bro, bitte. Wie toxic! Ich hab hier so schön low gehalten. Das ist auch das Wichtigste mit Narni. Ich mach vielleicht nicht viel Damage, aber ich halt sie low, weißt du? Was? Oh Gott! Wichtig mit Narni. Digga! Big Spin! Big Spin! Was für Big Spin! Willst du mich verarschen? Du rennst da rein wie ein Vollidio und du schreitst Big Spin, nachdem du einzig ganz stirbst? Sag mal... 3.000 mehr Dammit als Big Spin. Mein Kill war geisteskrank. Die schreib ich auch auf. Einfach Big Spin, der schon tot ist. Also das war wirklich... Da hat man ganz klar gesehen, bei dem Kill war Big Spin schuld. Ich hab Narni meine höchste Meisterung überhaupt. Ich bin gleich Gold mit Narni. Das ist krass, oder? Du brauchst noch deinen ersten Titel, aber du hast einen Titel schon. Willst du den mal ausrüsten? Was ist ein Titel? Guck mal gleich im Game. Oh, ich hab keinen. Hast du einen Big Spin ausgelöstet? Einen Titel? Von Brawl Pass? Ich will keinen Titel. Da steht dann irgendwie sowas wie... Guck mal den Gegner gleich. Die Gegner werden einen Titel haben. Super toll oder so stehen dann da. Nee, es gibt... CEO of Brawl Stars ist geil. Deine Mutter ist geil. Ja? Was gibt's noch so? Guck die Gegner. Die haben... Godlike, das ist vom Brawl Pass. Ja, das meine ich. Und ich bin das Gesetz. Wie peinlich. Wer schreibt sich denn in Brawl Stars in den Titel, dass man gottgleich ist? Das ist doch übertrieben peinlich. Das macht doch nur Neunjährige. Aber das... Gottgleich. Wie du redest, konntest du das auch reinschreiben. Gottgleich. Weil du da so'n Joystick mit deinem Daumen übers iPad ziehst, bist du gottgleich. Also das ist ja der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Du bist auf jeden Fall... Boah! Er hat sich einfach ins Leben geworfen. Es gibt auch sowas wie den Sniper. Ich seh mir mal gleich ne Liste. Vielleicht gefällt dir wirklich ein Titel davon. Was ist das? Zinx hat ihn drin. Zinx ist gottgleich. Also wer hat denn unironisch gottgleich bei sich drin? Das hat von Brawl Pass. Der Kittel jetzt. Wo ist denn der Rest? Ach hier. Da. Oh oh. Weg mit euch, ihr Knechte. Wenn du einmal dein Leben in meine Richtung escapen würdest, Pixel, könnte ich dir auch tun und dir helfen. Du bist so ein Eierkopf. Ich bin doch überhaupt nicht tot. Ich brauche doch gar nichts. Ich brauche deine Hilfe gar nicht. Sie hätten double killed. Wärst du ein Step nach links gelaufen. Living on my own. Wir müssen alle zu dritt strecken, dass du noch eine Welle bekommst, okay? Ja, bitte. Ich war das lässig. Nice. Ich war das mal lässig, tatsächlich. Ich war lässig mit so einem Respekt. Big Spin wie immer 0-0 auch mal mitspielen. Schade auf K. 0-0 ist ja wirklich respektlos. Junge, ich mache 1000 Schaden, wo ich die solche Kill mache da eigentlich. Okay. Okay. Nani, komm. Okay, Wild. Machen wir da so einen Tag? Ja, ja, ich komme. Ich helf dir. Aber danke sagen, oder was? Danke, Big Spin. So. Hier ist aber Leon. Hä? Ich sehe gar nicht, was mich tötet. Von wo denn? Der Leon ist komplett... Also, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Living on my own. Guck mal, Leute. Der kann nur in dich laufen. Super. Super. Habt ihr das gesehen, als ich mal drauf bin? Du hast zum ersten Mal Hit getroffen. Haha, ich okay. Warum? Jedes Mal, ne? Oh, der Ticket? Ja, der Ticket kommt leider nicht an. Schau, ne? Macht's mir gut. Gut, weitermachen. Guck mal. Ja, super, da hast du da gemacht. Tschüpple. Das war ein wichtiges Game. Ja. Das war in der Tat. Schau. 0,1, alter, stabil. 6.400, schau so richtig gut. Hier war keiner bei mir. 955. Und du kannst also zu glücklich moving, oder? Ich war oben an deren Wand, die sind immer weiter zurückgemoved. Bis sie sich irgendwas grunge und ich weiß bis heute nicht was das war. Was hat euch so eine Taktik gemacht gegeneinander? Nein, er fällt immer an. Ich würde ihn so motivieren normalerweise, ich wäre so ein geiler Motivationscoach. Und dann feedest du lieber, dann kriege ich ja auch nichts, ist auch niemand geholfen. Dann nehme ich doch lieber den Motivationscoach, wenn du dann aufhörst zu feeden, würde ich das sofort in den Trade. Schon wieder ein Grom, der ist so stark. Oh, der ist im Chat, nice. Der hast du Bock, dass wir gleich zusammen Fortnite spielen, dann kannst du 6 Stunden keinen Kill machen. Junge, wie kannst du? Also heute wird wirklich gegen jeden ausgeteilt. Oh, nicht so gut. Sollt man wechseln, Max. Was heißt das? Für den Angelo. Was heißt das? Oh. Nichts. Der hielt die Ticket ins Gesicht und das war's. Fuck. Oh ne. Go Max, go! Ich hab ein Double Kill gemacht. Ah, du machst 50.000 kotzen Schwanz. Kotze, geh ich nicht mal. Bleib Gas, geh, 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 geh. Nice, hab ich. 1 AP. Geil. Kolle. Ja. Alles gut. Der Grom spielt geisteskrankt gut. Geh mal... Geh mal, der Headwit will. Ja, mein nächste Headwit echt gut. Boom! Oh, der Nani Head. Wer hat die Kill bekommen? Du oder ich? Ja, wir haben Zweifel für den die Einzelhandel. Ich hab's gut. Zusammenbleiben. Zusammenbleiben. Ja, ja, ja. Wobei wir vielleicht nicht zusammenbleiben sollten, indem sie das... Wirf doch mal ein paar in einander stehen. Wirf doch mal ein paar in einander stehen. Stresst doch was. Guck mal, ich drück dich jetzt ein bisschen so. Ja, okay, doch, wir können, wir können, wir können. Ist okay, da kann ich durch. Ich hab Gadget, alles gut. Ich bieb mich jetzt an. Ich muss ja auch ein bieber beim Gadget. Ich muss ja auch ein bieber beim Gadget. Kannst du mal einen Auto-Attack treffen, bitte? Nein, weil er dodged, wie du siehst. Du weißt! Digga Big Spin. Den hätten nächstes Mal Auto-Aim Big Spin, damit er aufgespawnt. Weil wenn du den aimst, dann braucht er länger zum Spawn. Ja. Ich würde so gefährlich von den Models, ne? Ich bin da. Ich bin da. Gadgetein. One-shot. Boah! Guck's dir an. Das ist es nicht. Ah, das ist auch ein Double-Kill. Auch gut gewesen. Guck mal. Kill, kill. Gute Tags. No, dann ult. Was? Digga, das war's. Das ist vorbei. Ihr könnt mir beide auf der nächsten Gamescom einblasen. Also 6-1-Star-Spieler, 43.000 Damage. Das freib ich mir so dick auf, wie noch niemand im Leben. 6-1. Bei 1000 Trophäen. Hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Apropos Gamescom. Hat er nicht gesagt. Apropos Gamescom. Du kannst wahrscheinlich uns, Brawl Stars, am Spielen sehen, Max. Wir werden da wieder am Spielen sein. Seit drei Jahren jetzt. Echt? Ich hab die letzten zwei Jahre auch auf der Gamescom performt. Bin zweimal Zweiter geworden dort. Geil. Ich freu mich auf die nächste Gamescom. Die wird nice. Überletzt konnte ich nicht dabei gewesen sein, weil ich in fucking Kanada in irgendeiner Treibholzbude mit Rumatra gechillt hab. Gib! 7-1. Ich finde ne gute Chef-Strom ignoriert mir. Dinger, Chef-Strom hat in Fortnite einfach gestern gefeedert wie Sau. Und dann schickt er mir hier die ganze Zeit ein Penta-Kill aus Valorant rein und sagt die Clip setzten. Es huckt mich doch nicht, wie gut du in Valorant bist! Du hast so gefeedet in Fortnite, du hast dich einen Kill gemacht in 6 Stunden. Hier kann man eigentlich so sauer sein wie du heute. Oh, fuck. Das war schrecklich. Ich wollte auf gar keinen Fall mitspielen und der hat mich so angefläht, weil es beim Red Bull Dodgeball Event hat er mich angefläht, dass wir zusammen mitspielen und gute Chancen haben. Dann wären wir Platz 37 von 1000. Ey! Alarm im Darm! Hilfe! Weg, weg, weg! Der Zug kann erstmal nichts tun gegen uns, außer er fährt jetzt, aber nice, Juggled. Was ich hier am Leben gegeben bin, ne? Stimmt, du lebst doch, dass du bist tot. Ich war die ganze Zwischendehn. Komplett am Dodgen gewesen. Nice. Nice. Richtig. Okay, ich mache die Red Head. Ja, John. Und er ist rum. Hä? Du hast gesagt, Bonnie is down, ich habe die gar nicht mehr gesehen. Ja, vom Bonnie. Ich habe die nicht mehr gesehen, da hat Echi es tot. Ne. Ähm. Hallo. Vorbei. 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 Stimmt. Vorbei. Gut gedreht. Vorbei. Denk an die Chaco diesmal. Einfach nicht in den Moment. Ohne Gett... Wird er jetzt Gettetzen und einfach so ein Viereck laufen? Ist das dann so ein Plan? Sonst wärst du in der Hause und takest out of bed. Der wird jetzt Gettetzen und einfach rumlaufen. Der macht Rundkurs jetzt. Der macht die Laola-Welle. Laola-Welle! Jaaaa! Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ah, du bist noch schlechter! Ja, bitte. Das war ja also Big Spin. Äh. Aber 5.700 ist echt stabil, Bro. Wirklich. Also krass. 974. Geil. Carvins? Seit eineinhalb Stunden sind wir jetzt am Spielen. Wir hätten es auf jeden Fall geschafft. Hätten wir nicht so viele Looters gehabt. Wir sind seit eine Minute zehn am Spielen. Sniper Diff. Wir haben die bessere Kombo. Na, selbstverständlich haben wir das. Tot. Ja, Max. Ich hab alles gemacht. Ich hab mein Gadget und ein Double-Hit reingeballert. Du spielst ein 1 gegen 2, obwohl du nur 1 gegen 1 spielen musst. Warum spiel ich 1 gegen 2? Du brennst schweiflich rein! Du brennst einfach über die Mapbuch. Auch wenn er los ist. Seid ihr kleine Hohlbirnen? Seid ihr Hohlbirnen gerade irgendwie? Oh. Bitte das jetzt drehen. Ich will nicht, dass die Winning Streak weg ist. Bitte, 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 bitte gewinnen wir das noch. Bro! Wie kann das sein? Die Fußsohle! Schuhsohle! Du machst Sterbenspeedrun. Ich versteh das nicht! Ich konnte die doch! Ja. Also Schuhsohle E-Sports ist am Start bei dir wirklich. Was war das für Gegner? Wieso haben die uns alle 0-2 weggemacht? 5-0 Piper! Weil wir 2 gegen 4 spielen. Ja, müsst ihr aber auch! Nein! Du kannst nicht in den ersten 10 Sekunden des Spiels 2 mal sterben, ohne nicht mal ein Gadget eingesetzt zu haben. Ich habe es eingesetzt! Ich habe beide Male den Damage Reflected sogar! Beide Male! Aber dann heißt das ist das einzige was du gemacht hast. Weil hättest du ihn noch getroffen wäre gestorben. Einen Schuss und ein Gadget ist ein Kill. Aber ich kriege ja nur 2 Erschütze rüber und nicht 3er, weil die Map so scheiße ist! Der stirbt trotzdem davon! Aber das ist scheiße! Ich spiele nie wieder gegen den Piper! Kannst den Anschlag haben! Viel Spaß mit der... Du gehst rechts! Rechts ist Nani rechts! Stimmt! Wir haben aber auch nicht einmal gegen den Nani gespielt! Das heißt, sie ist scheiße auf der Map! Nein! Willst du jetzt sagen zu dem E-Spotler hier, dass der Pick nicht cool ist auf der Map! Obwohl ich den immer hier picke? Ich bin mit Nani so viel besser! Ich check mich, wie man mich treffen kann! Ist Nani, okay, okay, okay! Ist durch! Ist durch! Rechts ist durch! Ich habe mit 15 AP überlebt! Überlebt ist überlebt! Also die Kurs hier heute sind wirklich verrückt! Links Max! Das ist wichtig! Also drei Leute auf diesem Kill! Wie wir gegeiert haben! Wie die Arsgeier! Ja! Plus 6 nur noch! Weiter, weiter, weiter! Dieses Nach so hochziehen verleiht dem Ganzen nochmal eine richtige Dramatik! Ja! Okay! Max nach links! Zu den... 100% Buck! 100% Buck Shepard! Dann ruhig bleiben! Ruhig bleibt man generell! Das ist los! Nehmen wir mal den leer! Max! Hä? Nehmen wir den leer! Ja! 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 Jetzt bin ich da! Ich werde immer in die dümmste Situation geworfen! Ja! 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 Das ist klar! Das ist also... Was soll er sonst machen da unten? Soll er das weiter suchen? Nein! Ich kann nichts machen! Das ist so krass wie die spielen! Habt ihr das Ding was er mit mir gemacht hat bitte? Also sag mal mad respect! Die Gegner haben einfach nen fucking... Semantic im Team! Krass! Das ist wegen der Semantic! Ne! Dieser Okapi! Der Okapi ist es! Semantic im Team! Was soll denn das? Ja! Ist leider so passiert! Ja dann haben... Die... Auch einen anscheinend! Haben die die besten Spieler... Südamerikas oder so drin! Der hat's für Wochenende! Oh ja! What the fuck! Ja ja! Außer der eine! Der ist krass von denen! Welcher? Tufa oder Pekka? Der da! O-Kopi! Guck 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 guck! Mein Deck! Weil ich im Zweifel bin! Ich bin kaputt! Nicht weiter! Guck! Zeo greift mich an! Ich mach ihn One-Shot! Der beste südamerikanische Spieler des Planeten, des Kontinents hat sich besiegt! Also null! Da ist auch null Hilfe! Bro! Der Leon hat Ulti! Was soll ich dir helfen? Soll ich dem noch weiterfeeden oder was? Soll ich dem Buffet geben? Das sieht schlecht aus Leute! Gut gespielt! Der OKP ist geisteskrank! Der macht einen guten Job ja ne? Schön! Jetzt eins gegen eins! Der ist so heftig! Der ist so krass! Oh mein Gott! Der ist so krass! Oh mein Gott! Der ist wirklich krass! Oh mein Gott! Wie heftig! Was soll er machen? Was soll er machen? Der ist so krass! Der ist so krass! Der ist so krass! Der Daryl Kip! Das wird noch was! Das ist ja geil! Der Daryl ist ja lächerlich scheiße! Genau, ich geh drauf und dann ultiere dich und dann kannst du nichts dagegen machen, weil er einen Schild hat. Ja, ja. Also pushen. Pushen, pushen. Go, 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 go. Ja, pushen, pushen, go, go. Go, 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 weiter. Ja, ja, fast down, fast down. Und er hat wirklich zwei AP links unten. Ich will download schon. Ja, ja, Max. Sauber. Das ist Teamplay. Das ist Teamplay. Man, er steht da mit 200 PM, das ist ein Ego, protecte mich nicht mal. Er guckt zu, er macht Watch Party, wie ich sterbe. Digga, das hat die Ange-Ups gemacht. Typical Amber, wer ist das? Das ist eine Charlie. Amber, klar. Treff mal deinen Short, Angelo. Dann kann ich die töten mit meiner Ult. Nein, was? Was? Es ist um 10 Sekunden explodiert. Was? So unlucky. Oh mein Gott. Ich muss jetzt aufpassen. Keines Problem. Einmal kurz Fokus. Ja, er hat getroffen, sauber. Keine Chance. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe links. Keine Hilfe. Oh. Geworfen. Geworfen gegen den Daryl. Ihr habt den in Daryl verloren. Der ist ein guter Fugger. Okay. Und minus 10. Plus 6, minus 10. Plus 6, minus 10. Plus 6, minus 10. Nicht mehr lange, da sind wir wieder Rang 17 oder so. Ich kann mal so rein checkern. Ist das ne Scheiße. Das ist wirklich so. Oh, hell no. Was ist das denn jetzt? Wer ist Entzogen? Ist das Mortis? Mortis, ja. Mortis, ja. Mega Mortis. Mortis, Kid und Melody. Alle drei springen und uns rein. Rein da. Das passt schon. Jörg, Sprüche. Jetzt bringen wir jetzt. Rein, töte den bitte. X-Bin greift dann hier an. Hicka, du bist der denn. Zwei Shots, Mist. Und danach geht wie so ein Esel. Nice. Ich hab noch krass Damage gemacht. Lass sie dich heilen. Hm, unmöglich. Kannst du das gewinnen? Nein. Ich verliere. Scheiße. Echt? Das ist ja schrecklich. Nein. Big Spin. Nicht gern. Oh nein, wir sind Todschäfte. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, 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 gut. Ich will nochmal auf. Ich mag jetzt ein bisschen Damage. Ja, genau. Ticket und Dings zusammen ist geil. Genau so. Hä? Ja, chill, Gadget. Bis down, bis down, bis down. Alles gut. Hey, Problem. Max. Sehr ganz einfach. Werdet ihr auf mich, der ist noch Max Gadget. Ich kann das nicht. Gert, war wichtig. Das waren drei Schuss. Gert, nochmal, Max. Wohl den Clip zusammen. Go, 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 go. Diesen Mist. Go, 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 Max. Du musst ein... Digga, ich treffe immer wieder. Hab einen. Okay, jetzt einfach hoch, ein, hoch, ein, hoch, ein, hoch, ein. Run, weg, run, weg, run, weg. Shh. Gleum and Doom. Ja, das wird geil. So, wenn... Ich werde 100% einen Schuss treffen. Max, ich werde 100% einen Schuss treffen, wenn ich hier in die Dungen bin. Du musst nur einen Schuss treffen und dann ist er tot. Max, hab ihn getroffen, oder dich? Bisschen nur. Nice. Die Ult hat uns das Spiel gewonnen. Nice. World Trade, 0,28000 Damage, geil. So. Du musst zumindest einen Kill haben, um die Rede recht zu erarbeiten. Jungs, wir haben nicht mehr 6... Oh mein Gott, 6 Kills bekommen. Wir haben 5 Kills gewonnen. Obwohl die... Wie ist das passiert? Äh... Nein, das ist Gas. Ja, aber wann? Wir haben ja alle gekillt. Ich fahre auch nicht in den Sinnen. Dann war das. Wir sind nicht ins Overtime gegangen, oder so. Wir haben beide Runden gewonnen, Team. Ah, der Mord ist am Ende. Der Mord ist am Ende. Denk ich mal. Ja, nur, dass du killst. Kommt schon, Leute. Ich will die 1000 haben. Grosskipp. Wie viel Fall? Akku. Wie viel verlierst du dann die nächste Saison wieder? Ähm... Kommt auch mal wie hoch du kommst. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, wir pushen rein, wir pushen rein, wir sind da raus. Wir sind da, und die sind alle tot. Ich pack hier ne Ulti rein, der würde sich gleich nicht ranziehen, das wäre lustig. Nice. Super. Genau so. Da kippt's nervig. Ich hab's mit e-Spots. Das kippt noch ein bisschen kleiner. Das ist echt gut. Aber er ist schon gut genervt worden, muss man sagen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich gut. So, von der Farre. Nice. Here we go. Here we go. Nice, sauber. Schönen Schluss durchgezogen. Sehr gut. Plus 6 wieder. Jetzt, kommt schon. 980. 20 Trophies noch. Wie viel verlierst du am Ende der Season mit Nani nochmal, bitte? Drei Games, drei Games. Ähm... Und full dir's? Drops. Auf 990. Nee, ich würde den machen kurz. Auf andere Runde und Showdown verlieren. Du musst jetzt warten. Du bleibst immer auf den, auf einen vor dem Rang, auf dem du gerade bist. Heißt, wenn du Rang 30 mit 1.000... Ah, aber da bleib ich halt für immer. Wenn ich dann Nani nie wieder pushe. Nein, du wirst... Träg mal auf die Pokale, Max. Deine Top 10 größten, Top 10 höchsten Brawler. Und da gehört Nani natürlich dazu. Träg mal auf die 29, genau. Und nur die Top 10. Die will ich's mir grad sagen. Deine einen Rang resettet. Bis zum nächsten Rang. Nicht unbedingt. Wenn du nur auf 1101 bist, kriegst du nur minus 2. Okay. Wenn du aber auf 1149 bist, kriegst du minus 50. Okay. Vier Wins noch, dann haben wir's. Max. Drei. Drei mal sechs sind 18. In-Streak, Luise. In-Streak. Haben wir nie. Oh, wann. Wenn wir drei Games gewinnen, haben wir eine Win-Streak. Genau, wenn wir verlieren, dann sind wir nicht mehr drei Games zu playern. Okay, 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 okay. Drei von drei Games gewinnen, dann haben wir's. Wenn wir drei von fünf gewinnen, natürlich nicht. Unser Match-Up. Komplett unser Match-Up. Unser Match-Up, let's go, Angriff. 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 Pachtelikopter, go. Mach den Hup, 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 Schrauber, 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 los. Max, Max, du gehst nach hinten, du gehst, willst du Out of Map gehen, soll ich dir zu hoch screen spielen, damit du noch weiter runter gehen kannst? Aber Bross, wieder ein Hochformat. Wie ein Täter. Max. Normalerweise würde ich nicht ein Toll-French-G-Ding, Angelo. Die Wahrscheinlichkeit, dass du verfehlst, ist halt viel höher, als dass er verfehlst. Oh, gute Shorts, mal kurz gedifft hier. Wobei, ne, eigentlich nicht gedifft, du hast 640 AP. Nice, stark. Angelo gedifft, wir sind die Länge geworden, jetzt müsst ihr noch gewinnen. Jetzt bist du raus, ob wir es gesehen haben, ist der AFK oder was? AFK, Max. Hallo, mein Kiss, ich doch. Stark, ihr Neuz. Ich hab so gut abgelenkt. Das war eine sehr, sehr gute Runde. Lass mich das kurz translaten, ich hab so gut jeden Schuss genommen, damit er keine Munition mehr hat. Ja. Ist doch echt gut, oder nicht? Ja, der klassische, ja, ja. Zwei Games. Zwei Games am Stück jetzt gewinnen. Oh, wait. Nani, steht hier, Strong Trimax. Trimax voll gut geboren, Brawl Stars. Mega stark gespielt. Was denn? Ich muss... Also ist einer geschrieben, mager stark und der andere, Nani, steht hier. Und der Rest ist mir einfach dazu gedichtet. Nein, der ist tatsächlich noch hier oben. Oh, guck. Okay, hier oben stimmt, du hast recht. Oh, oh. Pushen am Anfang. Pushen, pushen, pushen. Pushen, die sind jetzt zusammen auch pushen. Ich gehe durch die Mitte. Nein, 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 ich gehe durch die Mitte. Okay. Ab links. Ab in den Urlaub. Was macht der Basta? Alle beöten fahren. Was denn was? Hättest du mich das alles machen lässt? Trefflich. Der Dodge gut. Was macht das Ding hier eigentlich? Could you let me cook? Komm da raus, die Mandel. Scheiße, die Mandel. Max, Max, bist du passant? Danke. Weg, 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 warte, bis die Kit kann er öffnen. Gadget. Aber du bist ein Blum. Ich habe euch genau das gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe mich genau davor gewarnt. Wovor denn? Ich bin die Charly's. Das war das Nachteil. Ja. Ach, bei mir. Bin er mit? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf jetzt. Jetzt als G1, du kannst es schaffen. Max, ich glaube, ich habe einen Spende gehabt. Geh mal ganz rechts und du spielst auf der offenen Seite. Push den von rechts. Tod, ne? Hm, du bist ein, du kannst ein Schiff strecken. Ah, schade. Nice try, nice try. Das wäre krass. Minus 10. Warum denn? Wieder vier Games gewinnen. Das dauert noch eine Stunde. Haben wir in vier Games und 15 Minuten. Nicht mal. Wie lange ist das her, als ihr meintet, eine Stunde spielen, wir sind tausend? Wenn wir gewinnen, habe ich gesagt. Und das ist jetzt... Wir spielen nicht mal eineinhalb gerade. Wir sind nicht mal eineinhalb drin. Die Aufnahme geht eine Stunde, 48. Ja, aber du hast auch aufgenommen, bevor wir nichts gemacht haben. Ja, okay. Da wird noch eine Solo-Runde Spike gegen Bots gefeadet. Natürlich auch ein Achievement. Ja. Ich muss mich heilen. Big Steel ist alleine gegen Angelo. Jetzt stirbt er wieder. Oh Max, du musst einen Lane pushen. Wo bist du eigentlich? Man sieht, dass er nicht zurückgeht. Weil du gehst auch 27.000 Kilometer nach hinten. Das ist crazy. Du kannst du links. Ich bin nicht Ult-Basen, mein 3 gegen 1. Ja, die war schon lange draußen. Scheiße, Big Spin. Wir waren 3 gegen 2 draußen. Das sind die Basics. Das habe ich als allererstes gelernt damals. 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 Carlos ist von hier. Er hat einen Hawk Rider-Skill. Ja, dann mach was jetzt. Unterstützt mich auch wenn man... Oh, Rider. Ich muss dich immer voll heilen, bis du einen Attack machen kannst, Mann. Völlig geistert. Mann, alter Big Spin. Geh nach ins Max. Du hast 2 AP und sagst, oh mein Gott, Hilfe. Die holen mich. Ich muss zurück in die Base. Ich muss 2 AP. Und dann schießt du einfach nicht, Ult-Basen. Helfen sie mich, ich bin im Gefahr. Gerade oben. Bin tot. Ich muss in die Base. Max, pass auf. Äh, bis hin. Pass auf. Bin tot. Was für ein Reflex habe ich bitte? Ob ich Gott gleich ein Reflex hingelegt? Das ist das geilste Trend, dass ich noch lebe. Ich bin aus Ult in Gadget rein quasi. So gut, danke. Was hast du so, Mathe? Ein Gadget behalten für der Carl-Luti. Ja. Hilfe! Keine Chance, keine Chance. Ich hab wirklich keine... Ich hab keine Chance. Die sind so gut. Wagen. Ja. Das ist doch nicht mal knapp. G2. G2. Du unterschätzt doch einfach Carl. Wie soll ich denn jemanden unterschätzen hier, Bro? Was glaubst du denn, mich voll? Was denn? Minus 10, nice. Ich hoffe, ihr habt nichts vor bis halb vier. Ah, eigentlich gar nichts. Hast du was vor? Hast du noch was vor? Ich wollte eigentlich auch noch mal pennen, als ich vielleicht noch mal gesund werde, aber das können wir sonst auch einfach lassen. Können wir lassen. Das brauchen wir nicht. Das wäre ein ganz guter Worgenschlag eigentlich. Ich kann nicht. Go, 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 Jungs. Ich hoffe hier. Ah, ah. Ja, ja. Ah, ne, kids. Oh. Nice job. Oh, gemacht. Hallo, der hat nichts. Ja, ja, ich bin da. Max, was hast du schon gemacht bisher? Ja, nichts. Natürlich nichts. Der ist durch die Gegend, glaube ich, der hat Schritte gesammelt. Er hat zum Gesundheitsprofil. Jedes Match 10.000 Schritte. Zack, Treffer. Kühlter Treffer, Max. Das ist dein erster Schuss im Game. Ohne witz, man wirst ja wirklich für Max die Kategorie Schritte in Game App finden. Jetzt steht am Ende meiste Schritte. Ja, das ist doch gut. Nehme ich. Pass auf, Bust-Uli mit Kipp-Uli. Mit allem. Je, Doubling-Set, Max. Ja, wir helfen da wenigstens. Geh kurz, ne? Ah, Ulti-Kopf, mach was. Ja, geil, doppel, super, absolut geil. Mega, ich geh doppel-assist mit Toni Kroos. Ja, alles da. 420? Wir sind online, wir sind komplett online hier. Zack, zack, zack. Nice. Ging-Sendierung-Fragen-Geschritten, super. Das ist ein gutes Game. Ja, perfekt. Jetzt winnings Chico, dann haben wir's. Die Tri-Steps. Nehme ich. Oh, ich bin wirklich mental am Ende. Max, muss ich dich wegen der Fitness-Challenge eigentlich mal irgendwie melden? Fuck, Big Spin. Was? Warum? Ja, du musst dich da öfter dran erinnern. Warum muss ich dich nicht mehr öfter daran erinnern? Viel öfter. Wir haben vorgestern darüber gesprochen. Ich muss mich da ständig dran erinnern. Okay, und bei wem muss ich mich ermelden? Muss ich Alex anschreiben? Oder bei Jofi? Wie muss ich anschreiben? Okay. Und ist es jetzt zu spät für irgendwas oder was? Darum sagst du so. Ne. Der Stunt nicht, Digga. Ich kann mich nicht da. Okay, gut. Okay, gut. Würdest du für die erste Aufnahme nach Hamburg kommen? Ja, wann kommt er von wann? Aber grundsätzlich, ja, warum nicht? Ja, so erster Punkt. Wollen wir den Deinemeyer wegziehen? Genau am 1. Mai. Ne, wahrscheinlich am 2. Ich weiß aber noch nicht. Oh, warte. Oh, nice. Alles gut? Gefällt dir der Zuschauer? Ja. Dann kann ich mich ganz genau sehen, wieviel es betrifft und wieviel er nicht trifft. Ja. Wie ist der? Hast du gerade hingeguckt, bitte? Hast du gerade hingeguckt? Ja, ich gucke hin. Ich gucke die ganze Zeit hin. Jetzt immer noch. Ja, dann gucke hin. Zack. Lauterhalten jetzt. Geil. Oh my god. Pass auf, das ist ja alles. 3 ist 1. Ja, ich hab doch klein. Dein hast du 1. Töbliche Cross the Map, ich weiß gar nicht mehr. Oh my god. Ich kann dieses Cross the Map wirklich nicht hören. Ich seh eh gar nicht. Ich seh nur goldene Schüsse. Ihr verkackt das doch im 1 gegen 2 gegen Grey. Na klar. Na klar, sicher. Sicher. Aber was denn, dass du keine Confidence mehr hast, Max? Was denn passiert? Du verlierst in 1v1. Ihr sagt 1v1. Skyl-Seppel-2. Die Map ist es. Das ist der Watch-Party-Max. Also das ist... Komplett keine Confidence. Ich hab es euch gesagt. Wo ist der Oh my god, ich hab um die Ecke geschossen, Max? Wo ist der hin? Wir können nur ein einziges Mal mein Leben Nani pushen. Wir machen also auf einer richtigen Kröchter-Map. Wo ich nicht einen Triple-Shot treffen kann. Aber du liebst, um die Ecke zu schießen. Die Map ist nur um die Ecke schießen, Max. Ich mag es um die Ecke einen Kill zu machen, aber nicht um die Ecke zu schießen. Ich schicke jetzt kurz Jufi eine Memo so. Moin, moin. Ich bräuchte einmal Info zur Fitness-Challenge. Ich wäre auch dabei. Werd dich gerne mal. Max, Mann, dich soll ich bei dir wählen. Danke. Sauber. Sauber. Richtig schön um 1 Uhr nachts in der Woche nochmal. Ja, um 1 Uhr, ja. Dass das Handy vibriert, dass er nochmal wach wird. Er wird nochmal wach im Bett. Er wacht gerade nochmal so auf. Scheiße. Guckt aufs Handy und sieht Big Spin. Oh, scheiße, Sprachnachricht Big Spin. Wer sein Handy nicht gepflückt, wo du es nachts hattest, der ist sowieso selber schuld. Ja, hast du recht. Stimmt. Oder wir bringen eines Tages Nani auf Rang 35 auf einer geilen Five vs. Five Map. Was? Also die Map theoretisch, wo wir dein Angelo gepusht haben, die ist schon sehr geil für Nani. Also der Angelo, boah, der war aber auch wirklich ehrenlos. Ja, da hätten wir, da hätten wir, da hätten wir an dem Tag, zu meinem Tag, an dem Tag waren wir unsterblich. Da hätten wir auch einfach... Ja, krass. Ich kann mich mit 13 nehmen können, honestly. Ja, safe. Also viel schwerer wurde es ja nicht. Ja, nee. Es wurde in keinem Verschwerden. Es ist ja alles das Gleiche dann irgendwann. Ja, genau. Ja, genau. Und wir waren die ganze Stimme so im Zweig in drei. Ja, ist richtig, ja. Also das hätten wir geholt an dem Tag, aber... Der, die Melody out, die difft mich so weg. Es wurde nicht so gedifft. Normalerweise müssen wir zu diesem Tag mal so zwölf Stunden, zwölf Stunden Rang 35 Projekt machen. Einfach zwölf Stunden live sein, wenn wir es da nicht schaffen, dann haben wir halt gelitten. Ja, mach's. Die Melody ist wie crazy gut. Sie ist wie crazy gut. Normal, man spielt wie crazy gut. Ist ja gut. Crazy gut ist die, ist crazy gut. Crazy. Unfassbar crazy. Der Gray, wie findest du, findest du ja auch crazy gut gerade? Boah, das ist so crazy. Der feeded. Oh mein Gott. Alter, ist der crazy. Oh, und ist wieder. Der hat schon drei Geldes eingesetzt, so crazy, ne? Der ist, der feeded. In die Wand gelaufen. Gray hat keine Geldes, warum keine Ulf, wie crazy. Daher die crazy gaming, crazy gaming. KUHKG. Warum ist die so tanky? Weil der Bra broken ist. Ja, das ist so broken. Ja. Äh, ich durfte heute zum ersten Mal mit dem Spiel spielen. Weil die jetzt ist mir gewachsen. Äh, spoiler war. Wir hatten neun Gems. Wir hatten 0. Danach hatten wir 10 und die 0. Nein. Vielleicht zu schnell. Max, jetzt was machen? Jetzt was machen? Versuch mal Channel mal deinen inneren irgendwas. Mach einfach, ich will gar nicht. Ich hab meine Kürze. Mach das bitte, Max. Das war's. Ich hab gar nichts gesehen. Das war das Problem, Max. Ich hab gar nichts gesehen. Ihr müsst das checken. Ihr müsst erst begreifen, wie gut die Gegner sind. Nur dann können wir sie besiegen. Ich find das doch tausendmal geiler mit seiner gebrochenen Stimme. Ah, krasser Kill, krasser Kill, krasser Kill. Die Vitalität, die Stimme ist gebrochen. Krasser Kill. Ich will für die Melodie jetzt. Okay, das war gut von ihm. Das war Realtalk. Einmal gut. Oh, nein. Hab ihn. Zwei Kills schon. Zwei Kills. Das war eine gute Aktion jetzt. Super. Drei Kills. Fett geklauwen. Drei Kills. Liga, das steht 1-1. Ich mach drei Kills. Ich hab mal gebockt. 2-1, Big Spin. Unmöglich, Alter. Rekord. 989. Bitte. Jinx ist doch nicht. Nicht bitte, Mann. Ich jinx hier gar nichts. Ah, ich muss ganz kurz nicht ready machen. Nicht ready machen. Ihr müsst sich einfach nur töten. Auf keinen Fall ready machen. Nicht ready machen. Ja, wir machen nicht ready. 2 Games noch gewinnen. Am Stück jetzt. Komm schon. Zwei. 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 Mit Kamerheil. Sind das zwei Games? Ja. Elf Trophäen nur. Wollen wir dann nicht nur noch eine Game auf Low-Elo gewinnen? Auf Raw-Ball? Damit wir den Win-Speak haben. Und dann? Dann müssen wir nur ein Game, oder nicht? Das steht doch überall try-hard. Aber dann haben wir auch... Wenn wir das dann verlieren, ist der Turbo-Boot. Dann haben wir Überzeit gewasted. Guter Core, ja. Ja, ich muss nochmal neu erladen. 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 Raus, Go? Ja, ja, komm, bleib. Max, einmal raus da bitte. Raus aus der Lobby bitte. Zack und zack. Komm, das ist jetzt ein Dubstep-Remix von der Moduli. Moduli. Melody. Komm, einfach zwei vor zwei Games jetzt gewinnen. Das wäre ein Traum. Ja. Wenn wir jetzt zwei vor zwei gewinnen, kriegt ihr beide zehn Sub-Gifts. Okay. Das ist Karl. Der schätzt sie nicht. Das sind die einfachsten zwei Sub-Gifts. Das ist wieder der gleiche, krasse Angelo. Passt auf. Das ist free jetzt. Zehn Sub-Gifts, wenn wir jetzt zwei vor zwei gewinnen. Karl Mitte, pass auf. Ja. Max nach hinten. Max nach hinten. Max, du hast mein Gadget. Gadget auf cooldown. Hilfe, bitte helfen Sie mich in Gefahr. Alles gut. Was? Hä? Ich hab gegetetet. Ich würde also... Schieß mal. Schieß mal. Schieß mal. Schieß mal. Schieß mal. Schieß mal. Weiter auf den Sprout. Ich bin nur die anderen zwei. Okay. Okay. Schieß mal. Schieß mal. Wie kann ich jetzt da nicht hin geringen. Okay. Schade. Schieß mal. Krass. Die machen gute Shots. Krass. Ich hab noch ein Multi rausbekommen. Der Spout ist down, nice, stuck. Krass. Bro, Siemantik hast du einen aufgespielt. Danke. Fokuss jetzt, Max. Und Bigsle hat auch zum Ersten. War richtig gut gespielt. Wirst du ein Sprout, Wirst du ein Sprout, Wirst du ein Sprout? Ja, der ist auch in der Tat. Kull down, glaube ich. Der ist nicht zu down. Max, du sterben. Du bist tot. Der ist auch down, super. Komm, Max. Der ist 1-2-1. Wir bleiben hinten. Oh Gott. Was ist denn das für ein Head? Get it, Max? Get it? Get it? Wir sind Klinger. Wir bleiben hinten. Wir bleiben hinten. Wir warten. Wir warten. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Gar, 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 gar. Let's go. Stark gespielt. Sauberes Game. Gut gespielt, Jungs. So. Das Game. Wir bleiben jetzt gewinnen. Wir kriegen beide 10 Sub-Gifts. Müssen wir, müssen wir. Seid ihr bereit? Ich bin bereit für die 10 Sub-Gifts. Eieiei. Okay. Ich kann während der Ult Gadgetten, stimmt das? Ja. Wir spielen gegen einen Dreierteam. Nee. Nicht Dreierteam meinst du? Okay. Wir haben einen Job. Double Thrower. Max, du nimmst die Piper. Ich geh nach rechts. Max nach rechts, ja. Ich geh nach rechts und viele. Let's go. Nö, nicht sterben. Let's go. Und Get it, wirklich, wenn du zum Cooldown nimmst, immer nach hinten gehen. Drum 1. Guter Kill, Max. Das war's. Ich leg nur auf die Fresse gerade oben hin. Cooldown. Digga, mein Kiel war geisteskrank. Danach hab ich es vorbei jetzt. Digga, ich hab hier gerade ne Piper auf tausend Trophys out of this world gedifft. Fühl dein letztes Game auf tausend noch. Ich bin tot. Und überlebt. Bixplay braucht Cover von dir. Ja. Genau. 2 down. Und Piper. In die Ecke, Max. In die Ecke noch einer. Nice. Sauber, Jungs. Das war mein bester Kielrecht. Da sind wir doch online. Aber, warum hast du nicht von Anfang ganz tops angerufen, Max? Das war so geil. Ihr spielt so viel besser dann. Ihr spielt dann so viel besser. Das ist das geil. 1000. Das ist es. Ihr wisst den Zap gibt Server Chat. So nehm ich. Wie ist das das? So. Ja. Jetzt noch ein Low pushen oder wie? Ne, 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 ne. Es ist um eins, alter. So lange bis wir verlieren? Ne, dann drop doch. Ich verlier das erste Game. Und dann, ne, ne, ne. Aber wir können nicht. Aber wir können nicht. Aber guck mal. Samantek, WS und Big Spin FN ist richtig, ne? Genau. Geil. Gestern fast wieder early schooled. Ich hab mittlerweile über 1000 Vorteile allerdings. Wir singen ja. Danke Max. Gerne. Hast du nicht bei irgendeinem Trier 20k gewonnen oder so? Ja, ja. Bro, nicht nur bei einem. Äh. Äh. G, G. Haha, Junge. Habt ihr euch neuen Start gespielt? Guck mal, welches Ranking du grad bist in Deutschland. Na, mit Nani geht das sehr viel höher. Guck mal nach. Ich hab zwei Post eingegangen. Was ist das? Muss eine Runde mega schweigen. Ich hab alle Runden gespielt. Warum hast du bei mir im 17.12 den Check geschrieben? Sorry Leute, aber wir wissen wie es ist. Big Spin ist eh besser als ich mit dem Herz. Wer? Du. Ich? Ja. Wer hat das geschrieben? Du hast das geschrieben. Am 23. Äh. 17.12.2021. Sorry Leute, aber wir wissen wie es ist. Big Spin ist eh besser als ich mit dem Herz. Von meinem Account? Ja. Das kann nicht sein. Dann hast du aber... Ich ziehe heute nicht, danke für... Du hast den Host. Viel Spaß. Ah ok, das hab ich mal geschrieben. Das hab ich mal geschrieben. Wo ist Nani? Rechte Seite. Ganz rechts in der Mitte. Da. Das ist 490 Uhr. Hast du aber grad mitbekommen, was Max gefragt hatte? Warum hab ich zwei Sachen in der Inbox? Was? Ich muss noch ein Mega-Pickspiel spielen. Oh mein Gott. Alle gespielt? Weil... Blixmann hat es im Stream gesagt. Das ist ein sehr guter Versuch, das Max zu erreichen. Äh. Und ich hab drauf gewählt, dass Max es nicht lesen wird. Na ok, das hab ich nicht gelesen. Du hast mir geschrieben, Big Spin. Das hab ich doch gespielt, auch wenn ich krank war. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Du hast aber auch einfach alle Spiele gemacht. Ja. Hast du alles gesehen? Ja. Ich hab... Ich hab irgendwann so... Du hast noch zwei Tickets gehabt, hab ich gesehen. Und da hab ich dich dazugeguckt. Ja, guck. Ja, komm. War doch geil. Dann sehen wir uns morgen. Euch doch einen schönen Abend.